Das Ende einer Ära. Vince McMahon scheidet wohl endgültig bei WDE und TKO aus über die verstörenden Anschuldigungen, wer außer Vince beteiligt gewesen sein soll und wie es jetzt weitergehen könnte. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Was für eine Woche. Die Uhr steht nicht still. Wir melden uns kurz nach dem Royal Rumble direkt wieder mit dem nächsten großen Podcast. Das ist die neue Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und hätte ich gewusst, was in den letzten Tagen so im Wrestling abgeht, ich hätte mich direkt von Freunden und Familie und wahrscheinlich auch bei der Arbeit abgemeldet und mich einfach komplett eingeschlossen. Haken dran. Wir haben einiges aufzuarbeiten und besondere Umstände erfordern, besondere Maßnahmen. Ich glaube, zum ersten Mal bei Hauptkampf haben wir einen Back-to-Back-Gast. Wir machen es quasi wie Cody Rhodes, einfach zweimal nacheinander. Auch in der letzten Woche war er schon an meiner Seite und ich freue mich sehr, dass er auch heute wieder hier ist. Einer der versiertesten Beobachter, die wir im deutschen Raum haben. Und bei Themen wie heute bin ich umso mehr froh, dass er an meiner Seite ist. Ich freue mich auf die Expertise und Meinungsstärke von Jens aka JME. Ja, so schnell kann es gehen. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir uns so bald wiederhören. Ja, was eine wilde Woche. Also ich bin wirklich ein bisschen geschafft irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Woche war, meine Rural Rumble Woche ist meistens ohnehin ein bisschen anstrengender, aber irgendwie diese Woche war ja täglich irgendwie ein anderes großes Thema. Und es wurde auch mit Tag zu Tag nicht besser, um ehrlich zu sein. Also das war ja der Royal Rumble am Wochenende selber auch noch ganz groß und da hat man sich ja auch drauf vorbereitet und rotiert und gemacht und getan. Ich sag's euch, also das war glaube ich, seitdem ich mich irgendwie mit Wrestling News und so generell mit auch so einem Team dahinter beschäftige, war das glaube ich die anstrengendste Woche, seitdem ich das mache. Also das war auf solchen Ebenen ein Paukenschlag nach dem nächsten. Wir werden uns natürlich heute in erster Linie dem Vince McMahon-Thema widmen. Nachher bei den Hörerfragen, keine Sorge, wir sprechen dann auch über den Rumble, wir sprechen dann auch über Netflix, aber ja, wir müssen über jetzt das Hauptthema sprechen, was uns Kraft gekostet hat, aber bei dem ich glaube, dass wir alle irgendwie das Gefühl haben, dass wir da doch mal genauer hinschauen müssen. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen können, oh ja, machen wir kurz einen 20-Minuten-Block und Haken dran, sondern da wollen wir ausführlich drüber sprechen. Ich spreche gleich auch zu Beginn dieser Podcast-Ausgabe eine Trigger-Warnung aus. Das muss man dann heute glaube ich dann wirklich mal tun, weil die Details und die Art und Weise, wie Dinge nachher formuliert sein werden, Wir zitieren dann aus, ja, aus der Anklage gegen Vince McMahon, das ist schon, das ist schon ein richtig harter Tobak und deswegen, ja, an dieser Stelle, wenn ihr da zartbeseiteter sein wollt oder einfach keinen Bock habt auf zu verstörende Inhalte, dann, ja, vielleicht mit Vorsicht genießen, diesen Podcast, um es mal so auszudrücken. Natürlich freuen wir uns trotzdem über eure Kommentare, bleibt bitte sachlich und gerade bei solchen Themen bitte, bevor ihr etwas abschickt in den Kommentaren, lest es euch nochmal durch, überlegt nochmal, ob das clever ist, was ihr da schreibt und dann könnt ihr es abschicken und sehr gern zur Diskussion beitragen. Ja, Vince McMahon, eine der, der überhaupt meistgestellten Fragen in den letzten Tagen, die, die ich bekomme, ob Jens war, kommt er denn jetzt wieder zurück oder war es das denn jetzt wirklich, wo man, ja, jetzt natürlich vor nicht allzu langer Zeit das Beispiel hatte, Vince McMahon ist zurückgetreten und dann, ja, hat er mal eben mir nichts, dir nichts gesagt, ich bin wieder da, aber ich glaube, was wir jetzt zum Anfang schon mal relativ klarstellen können, das wird diesmal nicht funktionieren. Beim letzten Mal hatte Vince ja noch, ja, bei der WWE 80% Stimmanteile, ja, durch seine ganzen Aktien, die er im Unternehmen hatte und jetzt bei TKO sind es 11 bis 12% an Stimmanteilen. Das heißt, er kann jetzt nicht mal eben Menschen austauschen und dann doch irgendwie seinen Weg zurück, ja, forcieren. Das war, frage ich dich, jetzt dann endgültig der Deckel auf Vince McMahon und das Wrestling-Business, Fragezeichen? Würde ich stark davon ausgehen. Also, es gibt natürlich eine klitzekleine Chance, dass er innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum hundertprozentig beweisen kann, dass das alles unwahr ist. Dann mag es eine Möglichkeit geben, dass er nochmal den Weg zurück antritt, wie sinnvoll das auch immer sein mag, aber die Chance, würde ich mal sagen, ist im Grunde nicht gegeben und er selbst kann das also im Grunde jetzt nicht mehr durchsetzen. Also, er hat nicht mehr, nicht mehr die Macht dafür, sich da selber wieder einzusetzen. Wenn wir uns auf die Timeline ein bisschen besinnen wollen, am Donnerstag kommen die 67 Seiten Klage raus mit wirklich Anschuldigungen, die, ja, also so noch nicht in dieser Deutlichkeit formuliert worden sind tatsächlich von Janelle Grant. Das ganze Dokument kann man problemlos einsehen tatsächlich, würde ich auch vielen raten, die sich mit der Thematik dann wirklich tiefer befassen wollen. Und dann war es ja tatsächlich so, dass am Freitag Meldungen kamen, dass aufgrund dieser Anklagen, ja, TKO möchte das Ganze intern, nimmt man sehr ernst und man möchte das intern lösen, dann kommen die Meldungen, dass Sponsoren drohen abzuspringen. Und Slim Jim hat dann ein Statement kommuniziert und hat gesagt, ja, aufgrund dieser Anschuldigung werden wir unsere Werbeaktivitäten pausieren. Auf einmal heißt es, oh, auch andere Sponsoren, und ihr habt es ja beim Royal Rumble gesehen, der ganze Countdown war ja ein Sponsor von diesem Energy Drink C4. Und auf einmal hieß es, oh, die könnten auch abspringen. Und dann kam die Meldung, Vince McMahon tritt zurück, hat in seinem Statement, was er persönlich oder was er über einen Sprecher herausgegeben hat, sich mit Worten nochmal geäußert, hat gesagt, das ganze, die ganze Klage ist eine Ansammlung von Lügen und er wird seinen Namen freimachen. Davon wird gegen diese Anschuldigung ankämpfen, aber aus Respekt zum Business, zu den Superstars, zum WWE Universe, zu TKO, wird er zurücktreten und all seine Ämter freimachen. Dann gab es ein Meeting von Nekan mit Sponsoren, vor allem auch mit Slim Jim, die hat man dann zurückgewinnen können und die sind dann auch wieder für den Royal Rumble an Bord gewesen. Dann, dass so die Timeline, wir sprechen dann gleich auch noch über das Aktuellste, das ist dann die Pressekonferenz, also für uns das Aktuellste am Sonntagabend, die Pressekonferenz nach dem Royal Rumble. Einige haben mich gefragt, ob man salopp formulieren kann, dass Slim Jim dafür gesorgt hat, dass Vince McMahon zurückgetreten ist. Glaubst du, das hat zeitlich was verschoben? Glaubst du, das hätte sich noch sonst nach dem Rumble ein paar Tage gezogen, bis der Rücktritt, der in meinen Augen trotzdem unvermeidbar gewesen wäre, gekommen wäre? Oder hat das nochmal so einen extra Druck ausgeübt, dass man bei TKO auch das Nekan dann gesagt hat, okay, nein, wir müssen das jetzt machen? Ich denke, es hat zumindest dazu beigetragen, da bin ich mir relativ sicher, dass es so war. Ob das jetzt der ausschlägend gebende Punkt war, weiß ich nicht. Im Grunde ist, man steht halt im Rumble wirklich nochmal ein bisschen in der Öffentlichkeit, also der Fokus liegt mehr auf WWE, man hat viele Pressetermine an dem Wochenende, man hat die Post, Pressekonferenz, man hat wesentlich mehr Berichterstattung und es war ja nur so schon schlimm genug, dass es kurz vor der Show bekannt wurde. Ich glaube, wenn er nicht zurückgetreten wäre, wäre das halt alles nochmal viel negativer gewesen. Also dieser ganze Rumble-Wochenende und dieses ganze, ja durchaus auch positive Berichterstattung, wäre noch viel mehr in dieser ganzen Geschichte untergegangen, wenn Beckhane nicht zurückgetreten wäre. Seelich wird das irgendwie so ein unterstützender Faktor gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass es jetzt der alles allein entscheidende Faktor war. Glaube ich auch tatsächlich, dass das jetzt nicht alleinig ausschlaggebend war, aber es hat nochmal gezeigt, was es für eine Tragweite hat. Das hat gezeigt, oh okay, da hängt wirklich mehr dran und da sind Sponsoren bereit, runterzuspringen. Das war auch nicht immer so, weil gerade Vince McMahon ja auch immer vertreten hat, die Position, ja wenn solche Anstrengungen aufkommen, einfach aussitzen. Was soll denn schon passieren? Und man kann dann jetzt glaube ich schon festhalten, nach 40 Jahren, die dieser Mann, diese Sports-Entertainment-Industrie ja wirklich maßgebend an der Spitze geprägt hat. Diese 40 Jahre ist er ja bulletproof, wie es so schön heißt, geblieben. Also da hat er ja sich gegen alles irgendwie immer durchsetzen können, gegen die größten Skandale, die eben auch zahlreich aufgekommen sind gegen WWE. Aber jetzt war es dann einfach das eine Mal zu viel. Ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wir uns einig sind, dass das untragbar ist im Zuge dieser Klage, dass Vince McMahon dann noch irgendein Amt dort bekleidet. Was dann für uns, um diese Timeline dann abzuhacken, bevor wir dann zu weiteren Details kommen, für uns jetzt aktuell noch präsent ist, was auch vielen Fans präsent ist, wo auch darüber diskutiert wird. Das ist dann die Pressekonferenz nach dem Royal Rumble. Triple H über den Sprechen war gleich, war natürlich in einer brutalen Ausgangslage. Das, was er dann aber gesagt hat, also US-Journalisten-Kollegen haben dann gesagt, ja, der wird schon vorbereitet gewesen sein, aber hat es nicht gut verkauft. Ich würde tatsächlich aber behaupten, der war gar nicht vorbereitet. Anders als zum Beispiel Cody Rhodes, der kam als erstes raus und wurde dann zu den Sachen von Vince McMahon befragt, zu den Vorwürfen und hat gesagt, ja, ich habe das genau wie ihr jetzt erst rausgefunden und ihr habt gesagt, es ist eine dunkle Wolke. Also Cody hat gesagt, das ist definitiv eine dunkle Wolke, das ist ganz, ganz, ganz schwarzer Fleck an der Stelle und Cody hat dann unterstrichen, Nick Khan und der Vorstand haben die Anstellung sehr ernst genommen, haben schnell gehandelt. Wie es jetzt in Zukunft weitergeht, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Damit hat er doch eigentlich eine Blaupause für das geliefert, was Triple H hätte sagen können, aber Triple H, um das mal vorzugreifen, Jens, hat dann mit Aussagen geglänzt, die in meinen Augen alles andere als glücklich sind und wirklich fast schon dilettantisch unprofessionell daherkommen für ein Unternehmen wie WWE, was doch eigentlich in so einer Situation, eigentlich gibt es doch ein Pressestatement dann, was zum Beispiel von Nick Khan abgesegnet wird und das lesen dann einfach alle vor. Und Triple H setzt sich dann dahin, wir gehen es gleich nochmal ein bisschen durch und wirkte gar nicht vorbereitet für mich. Wie hast du es erlebt? Machte den Anschein. Also ich weiß halt nicht, was der Mann erwartet hat. Normalerweise hat so eine Firma eigentlich auch irgendwie PR-Berater und sowas, die hatten genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Grundsätzlich muss man dazu sagen, wenn man sieht, was Naya Jackson und Nathalie die letzten Tage gesagt haben, vielleicht war das auch die offizielle Marschrichtung. Den Leuten zu sagen, ja, wir gucken jetzt voraus, wir beschäftigen uns nicht mit negativen Dingen. Vor dem Hintergrund, in welcher Position Triple H irgendwie ist, sei es jetzt, sei es auch damals, weil hier kommen ja auch wieder so verschiedene Lehrer zum Tragen. Triple H saß im Vorstand, der Vorstand, der das hätte ermitteln sollen. Triple H war im engsten Vertrautengreif von Vince McMahon. Also das heißt, man kann schon eine Frage stellen, ob er wirklich nichts gewusst hat. Und spätestens vor dem Hintergrund, dass er im Vorstand saß, der Vorstand ermitteln sollte, der Vorstand, zumindest glaubt man, der Klägerin sie nicht kontaktiert hat im Zuge der Vermittlung, sagt jemand anders, sagt er wieder was anderes, aber gut, das wird sich wahrscheinlich irgendwie überprüfen lassen. Auf jeden Fall haben die Ermittlungen ja offensichtlich nicht viel zu Tage gebracht, obwohl sie sehr viel Geld gekostet haben. Und dafür ist halt Triple H mitverantwortlich. Also im schlimmsten Falle könnte man jetzt sagen, okay, er bekommt wohl nicht mit, selbst in der führenden Position, was vor seiner Nase passiert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und sich dann hinzusetzen und dann hier noch zu sagen, ich konzentriere mich auf die positiven Dinge und ich möchte mich nicht von negativen Dingen runterziehen lassen, muss ich leider sagen, wenn ich Ari Emanuel wäre und irgendeinen Plan B hätte, wäre Hunter weg. Wir werden mal kurz auf die Details zu Triple Hs Aussagen eingehen. Dann können wir auch gleich nochmal über die Rolle von Ari Emanuel sprechen, der übrigens auch derjenige war, der ja Vince McMahon nach dem Kauf von WWE oder nach dem Zusammenlegen mit der UFC, nach dem Form der TKO-Gruppe, Vince McMahon ja auch den erneuten Platz als Executive Chairman für den WWE-Flügel quasi berufen hat. Also der hat ihn ja damit ins Board gesetzt und ist jetzt nicht so, dass der keine Vergangenheit mit Vince McMahon hat. Ich möchte einmal auf die Pressekonferenz schauen. John Alba hat an dem Abend Fightful repräsentiert und hat Triple H im Endeffekt gefragt, was wusste er von diesen Vorwürfen und Triple H hat im Endeffekt einfach geantwortet, ich mache jetzt das, was alle erwarten. Ich werde euch einfach nur ein generelles Statement geben, dass ich mich auf die positiven Dinge beziehen möchte. Und er sagt dann, und das ist für mich wirklich ein unfassbarer Satz, es war eine herausragende Woche für WWE. Macht euch über diesen Satz Gedanken. Jetzt kann man überlegen, was ist gewichtiger? Ein Deal mit, ein TV-Deal, beziehungsweise ein Streaming-Deal mit Netflix? Oder die Tatsache, dass der Mann, der 40 Jahre dieses Business an der Spitze geprägt hat, zurücktreten muss aufgrund von Anschuldigungen, die mit dem Wort Grenzüberschreitung noch absolut untertrieben beschrieben sind. Und das obendrein ist der Schwiegervater von Triple H plus eigentlich auch der enge Mentor gewesen. Denn wenn man sich's genau anschaut, Vince McMahon hat Triple H vorbereitet auf diese Rolle, in der er jetzt ist. Und in dieser Position, unter diesen Umständen, unter diesen Bedingungen zum Abgang von Vince McMahon zu sagen, es war eine herausragende Woche für WWE. Ich würde sagen, es war eine Horrorwoche. Jens, es ist doch eine Horrorwoche, wenn so etwas zutage kommt und Vince McMahon aufgrund dessen zurücktritt. Ja, vielleicht war er auch ein bisschen trotzig. Ich meine, diese WWE-Pressekonferenzen, die waren ja eigentlich im Gegensatz zu den Pressekonferenzen mit Toni Kahn auch immer ein bisschen dafür bekannt, dass man nie kritische Fragen gestellt werden. Weder bei den Konferenz-Calls noch bei den Pay-Per-View-Calls war irgendwie dabei, dass da irgendwas Kritisches gestellt wurde. Aber diesmal ließ es sich halt einfach nicht mehr verhindern. Es ist halt ein bisschen so, als wenn er wie ein trotziges Kind reagiert hätte. Also die einfachste Antwort darauf wäre gewesen, die einfachste und verständlichste Antwort darauf wäre gewesen, zu sagen, ich darf aus rechtlichen Gründen darüber nicht sprechen, darum bitte ich auf Verständnis, bitte die nächste Frage. Das wäre keine schöne Antwort gewesen. Aber das wäre eine Antwort gewesen, die man akzeptieren muss. Besser wäre es gewesen, einfach im Grunde genau das zu machen, was Cody Woods gemacht hat. Und dass er das nicht im Ansatz hinbekommt, sondern eher wirkt wie ein bockiges Kind, der auf positive Sachen verweist und sagt, er lässt sich von negativen Sachen nicht runterziehen und negative Sachen, die ihn direkt betreffen, weil er mit in diesem Vorstand saß. Das ist schon ein starkes Stück. Das muss man so mal bringen. Also das ist, es ist seiner Rolle nicht würdig. Es ist auch wirklich irgendwie ein bisschen enttäuschend. Und ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich weiß es nicht, ob er nicht damit gerechnet hat, dass die für Fragen kommen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Vielleicht dachte er, nachdem damals, als er sich auf den Punk-Vorragen vorbereitet haben, weil da keine Fragen kamen, irgendwie, dass da diesmal auch nichts Kritisches kommt. Aber er musste doch zumindest irgendwie damit rechnen. Und es kann doch unmöglich sein Ernst sein, dass das seine Antwort darauf ist. Es gab weiterführend noch die Frage Brandon Thurston, der sich auch sehr geärgert hat jetzt im Nachhinein. Brandon Thurston, der gefragt hat, hast du die, oder haben sie die Klage gelesen? Haben sie von diesen 67 Seiten was gelesen? Und Triple H hat gesagt, nö, habe ich nicht. Und hat nochmal untermalt, ich möchte mich auf das Positive beziehen, weil jetzt hatten wir eine tolle Woche bei WWE. Und da würde ich auch sagen, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass das ein bisschen bockig vielleicht war. Es gibt weit später in dieser Pressekonferenz einen komplett unnötigen Shoot gegen AEW, wo er über den Begriff Forbidden Door nachherher zieht. Also Triple H hat generell, finde ich, keine gute Figur gemacht, aber das ist ein komplett anderes Thema. Es gab weitere Fragen, dann auch Triple H, die gestellt worden sind, von wegen, wurden Schritte unternommen? Oder was für Schritte werden unternommen? Wie können Talents vorgehen, wenn sie etwas derartiges mitkriegen? Und Triple H hat gesagt, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr generell und verallgemeinert, aber grundsätzlich machen wir alles, was geht. Und damit war das abgehakt. Brandon Thurston hat sich sehr geärgert bei Post Wrestling jetzt in einem Podcast mit John Pollock, hat er nochmal erklärt, er hat sich so in den Arsch gebissen, und er hätte gerne weggefragt, ob er statt der Frage, ob er die Klageschrift gelesen hat, wissen Sie, was drinsteht? Haben Sie Artikel, die damit zusammenhängen, gelesen? Und die Frage wäre, ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Shoutout deswegen generell an die Journalisten, Cam Hawkins, Nick Haussmann, Brandon Thurston, John Alba, die diese Pressekonferenz genutzt haben und diese Plattform genutzt haben, um das zu fragen, was wirklich wichtiger als der Royal Rumble und wichtiger als Wrestling jetzt zu dieser Zeit ist. Ich finde, das muss man einfach gemessen an diesen Umständen einfach so hart sagen. Es ist gerade scheißegal, ob da ein Netflix-Deal abgeschlossen worden ist, ob da ein Rumble-Match gut oder schlecht war. Wir reden wirklich von einer so tiefgehenden, schlimmen, widerwärtigen, verstörenden Verfehlung, die jetzt einfach dann von Triple H, ja, der wirklich so viele Jahre in der Company ist, einfach so abgetan wird wie, ja, habe ich jetzt nicht gelesen und war sonst eine gute Woche, lass doch positiv bleiben. Das, keine Ahnung, das kannst du machen, wenn sich dein Topstar verletzt hat. Kannst du sagen, okay, Kopf hoch und weiter geht's, ja. Wer hinfällt, muss auch aufstehen so ungefähr. Das ist was anderes jetzt. Und das fand ich, ja, also fand ich im Rahmen der Pressekonferenz nicht gut. Ich habe auch auf Twitter von Usern gelesen, ja, warum müssen die sich denn überhaupt verantworten und da irgendwie die Fragen gestellt kriegen. Haben auch einige nicht verstanden, Jens. Aber ich glaube, Triple H ist da schon in einer, also auch als ehemaliges Teil, als ehemaliger Teil des Vorstands, ist da schon in einer gewichtigen Rolle. Natürlich, er ist Teil des Vorstands. Er ist immerhin in seiner Rolle auch für die Talente und Mitarbeiter mitverantwortlich. Wie gesagt, die Frage ist damit beantwortet, um zu sagen, er ist Teil des Vorstands, er war Teil des Vorstands. Die Frage ist damit beantwortet, was ihn das angeht. Also, ich hatte es bei uns schon irgendwie geschrieben, wenn man jetzt ganz böse ist, nennt man das, was Triple H da gemacht hat, nennt man irgendwie in der heutigen Zeit Enabler. Das bedeutet, jemand, der sich so verhält oder verhalten hat, dem könnte man vorwerfen, dass er solchen Missbrauch erst mit begünstigt hat, indem man nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen hat. Und zumindest weiß man davon ja schon ein bisschen länger. Ich bin, wie gesagt, ich gehöre auch zu den Menschen, die nicht glauben, dass er davon nichts wusste, bis diese Anschuldigungen rauskamen. Das kann ich nicht glauben, weil wenn man sich so diese Klageschrift durchliest, wussten da nicht nur zwei, drei Leute Bescheid. Also nicht nur Vince McMahon, Lorien Edis und Brock Lesnar, sondern wenn man dort irgendwie Nacktfotos an des Produktionsteams irgendwie rumreicht oder so. Naja, aber davon abgesehen, ich verstehe halt wirklich nicht, wie man da nicht vorher sich einen Plan ausgearbeitet hat. So heißt, man hätte sich ja vorher hinsetzen können zu Beginn der Pressekonferenz und sagen können, ja, wir kennen alle das Thema, was irgendwie alles bestimmt mittlerweile. Dann gibt man eine Pressekonferenz raus, sagt, wir ermitteln da dagegen. Und wie gesagt, ähnlich wie Cody das gemacht hat. Wir möchten uns aber jetzt in Folge der Pressekonferenz sagen, dass wir uns nicht dazu weisen können weiter und dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Von mir aus auf positive Dinge konzentrieren. Also zumindest, dass man eine Stellung dazu nimmt, sagt, dass es eine schreckliche Nachricht ist, dass man das untersucht, dass man also etwas dagegen tut und das nicht einfach wegwischt. Dass man es ernst nimmt. Genau darum geht es. So wie Cody das gesagt hat, dass man diese brutalen Anschuldigungen wirklich verstört zur Kenntnis nimmt und die Aufarbeitung mit ankurbelt. Triple H klang jetzt nicht so, als würde er sich bedingungslos dafür einsetzen, dass das aufgeklärt wird. So klang dieser Mann nicht. Also wir möchten natürlich niemandem was unterstellen. Aber so wie wir das jetzt interpretieren zumindest, ich leite daraus jetzt auch nicht ab, dass er, Triple H wirkte, nicht mitgenommen oder schockiert. Und das ist halt gemessen an den Umständen aber eigentlich durchaus angebracht. Also gerade in seiner Rolle, finde ich. Das betrifft auch in den Ligern, in der er einfach eine große Rolle spielt. Ich meine, ich habe in den vergangenen Jahren schon oft an verschiedener Stelle erklärt, dass Pro Wrestling und dieses Business nicht zu vergleichen ist irgendwie mit anderen Businesses irgendwie. Und dass auch, selbst wenn das so eine große Firma ist, dass dort, glaube ich, ein Klima herrscht, was nicht zu vergleichen ist, weiß ich nicht, mit anderen großen Firmen dieser Größenordnung, obwohl es dort auch solche Vorfälle gibt. Aber man muss halt dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht seit Jahrzehnten solche Gerüchte und immer wieder Berüchte über solche Vorfälle gibt. Es ist ja nun wirklich nicht so, als wenn dutzend und aber dutzendfach kannst du solche Sachen führen, dass er dann noch im Laufe der Pressekämpfe auf die Attitude-Ära hinweist, wo alles wahrscheinlich noch viel schlimmer und normaler war. Maximal unglücklich, mein Freund. Also das ist halt, es sieht nicht aus, auf gut Deutsch, wenn man jetzt mal ganz böse ist. Viele Wrestling-Companies könnte man als Shithole bezeichnen. Jetzt könnte man im Grunde sagen, naja, WWE ist eine öffentliche Firma, die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage wird viel mehr Rücksicht auf solche Dinge genommen. Man versucht, das zu verhindern. Ganz verhindern kann man es vielleicht nicht. Es wird immer wieder mal irgendwie sowas geben, aber man kann alles dafür tun, dass es nicht passiert. Und Triple H machte nicht den Anschein, als wenn er irgendwie ein Teil dieser Bewegung ist, dass man das Business heute irgendwie besser machen sollte, wenn er sich so dorthin stellt. Mit Vorbereitungszeit. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist was, was während des Royal Rumbles passiert hat, weil er war nicht vorbereitet. Er hatte Zeit, sich dazu zu äußern. Mindestens 24 Stunden. Lass uns vielleicht an der Stelle noch mal kurz auch, über Triple H haben wir jetzt gesprochen, was viele sich fragen ist, okay, Triple H, der war dann in so einem Spezialkomitee, um das zu untersuchen. Und da war ja damals, 2022, der komplette WWE-Vorstand inbegriffen. Das heißt auch Stephanie McMahon und Nick Kahn. Die waren ja generell, bevor Vince zurückkam, gibt es Infos zu einem relativ detaillierten Schriftverkehr mit Vince, wo die drei ihm mitgeteilt haben, es wäre besser, wenn du nicht zurückkommst. Vermutlich jetzt auch nicht in der Annahme, Vince ist unschuldig. Also das kann man ja durchaus daraus einfach interpretieren. Sonst hätten sie ihm raten können, ey, du stehst das durch und wir unterstützen dich und du kommst zurück und wir sind zu 100% davon überzeugt, dass du alle Anschuldigungen widerlegen kannst. So hat man damals nicht reagiert. Sondern man hat gesagt, ey, bleib lieber weg, das bringt wahrscheinlich nichts. dann hat Vince einfach seine Stimmanteile genutzt, hat ein paar Leute ausgetauscht und naja, dann haben zum Beispiel auch, weil es wurde dann einstimmig abgestimmt, dann haben auch Triple H, auch Nick Khan, auch Stephanie McMahon dafür gestimmt, dass Vince McMahon zurückkommt. Natürlich kann man an der Stelle, das finde ich dann fair, sagen, sie wären so oder so überstimmt worden. Vince hat die Leute so ausgetauscht, dass es gepasst hätte. Aber ja, also Triple H, hätte man jetzt wahrscheinlich auch fragen können, warum hast du für Vince gestimmt? Hätte er auch keine Antwort gegeben. Hauptsache, Hauptsache das Positive aus der Woche. Welche Rolle schreibst du Stephanie McMahon und Nick Khan an der Stelle noch zu? Bei Nick Khan, finde ich, können wir gleich mal noch die Frage aufmachen, der WWE-Verkauf an Endeavor, inwiefern das vielleicht dann doch irgendwie schon klar war, was da jetzt demnächst auf die Company zurollen könnte. Und Stephanie McMahon, die war ja als Interims-Geschäftsführerin, als Vince weg war im Amt und als Vince zurückkam, war sie auch sofort wieder über alle Berge. Dann war sie ja sofort wieder weg. Fangen wir vielleicht mit Stephanie an der Stelle an. Kommt sie jetzt hier am besten weg? Es heißt ja sogar, dass einige aus dem WWE-Locker-Room hoffen, dass sie jetzt zurückkehren könnte, auch ins Board of Directors. Ist ja jetzt auch ein freier Spot. Wie blickst du auf ihre Rolle? Sie kommt noch am besten weg von den allen, weil sie halt die Konsequenz daraus gezogen hat. Also man muss ja klar sagen, wenn man sich auch mal so die Timeline irgendwie ein bisschen anschaut, ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es nicht nur etwas mit diesen Schweigegeldern zu tun hatte, sondern dass dann vielleicht auch Details in gewisser Art und Weise bekannt waren zu diesen Vorfällen. Und dass sie deshalb dann beim ersten Mal gesagt hat, sie geht, was eben halt auch heißt, das war wahrscheinlich schon bekannt bevor, oder was da kommt, wussten die schon bevor es öffentlich wurde, dass sie zurückkam, als Vince weg waren und dass sie wiedergegangen ist, als Vince zurückkam. Ich glaube, man kann schon, naja, mit ziemlicher Sicherheit ist es immer schwer zu sagen, aber man kann schon behaupten, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt und eben da sie die Konsequenz gezogen hat daraus, dass er zurückkam und aus dem, was er getan hat, kann man sagen, sie kommt noch am besten weg. Sie kommt nicht perfekt weg, weil, wie du schon gesagt hast, am Ende haben sie ihn doch wieder zurückgeholt und es war jetzt auch nicht so, es ist immer eine öffentliche Company, dass sie ihren Rücktritt im Grunde erklärt hat, warum dem so ist. Gut, das ist Familie und so, das kommt alles mit zum Tragen, aber man muss halt sagen, zumindest Hunter hat diese Konsequenz nicht gezogen. Ihm kann man auch zugute halten, dass er eben in diesem Papier offensichtlich sich dagegen ausgesprochen hat, das kann man ihm zugute halten, aber eine wirkliche Konsequenz daraus hat er halt nicht gezogen. Und durch das Pressekonferenz heute hat er halt auch nicht den Anschein gemacht, dass wenn er da eine Meinung dazu hätte, wo man sagen könnte, ja, er ist dafür, irgendwie für eine bessere WWE zu sorgen oder irgendwas in der Art. Ja, Nick Khan, ja, ähnlich, sage ich mal, aber auch er, eine Konsequenz hat daraus niemand gezogen. Zum Beispiel wäre es ja irgendwie eine Möglichkeit gewesen, ein moralischer Faktor gewesen. Ich meine, rechtlich ist es immer so eine Sache, aber ein moralischer Faktor wäre es doch irgendwie gewesen, okay, wenn wir ins Bezug kommen, gehen wir. Scheint jetzt nur für Stephanie McMahon eine Option gewesen zu sein. Was ich übrigens an der ganzen Debatte auch furchtbar finde, nur ganz kurzer Einwurf, wie Menschen jetzt hieraus tatsächlich auch eine WWE-gegen-AEW-Debatte machen und das irgendwie gegen Pressekonferenzen von Tony Khan ausspielen, unsäglich, unsäglich und absolut nicht begriffen, worum es hier geht. Absolut nicht begriffen, wer hier auch eine WWE-gegen-AEW-Thematik draus macht. Wirklich. Also das an der Stelle... Muss man klar sagen, wie sagte der Hälfte Stahl nochmal, manchmal oder einmal, manchmal müssen zurückgelassen werden. Also wer diesen Vergleich zieht, wer überhaupt die Fälle miteinander vergleicht, auch wenn man sich die Details anguckt, der hat komplett den Verstand verloren. Also entweder versucht er es halt wirklich nur ein bisschen auszuspielen und da irgendwie Krieg zu spielen zwischen AEW und WWE und weiß ich was nicht. aber es ist nicht mal mit dem Fährtesten zu vergleichen. Und man kann es halt auch nicht gut reden. Nichts, was du irgendwie sagen könntest oder erklären könntest oder mit AEW vergleichen könntest, der Vergleich ist halt einfach lächerlich. Wenn du den ernst meinst, wenn du das nur meinst, um irgendwie, ja weiß ich nicht, eben halt so einen Krieg am Feuer zu halten, naja, auch nicht viel besser. Traurig und auch irgendwie ein bisschen dümmlich. Ja, herzlich willkommen in der Wrestling-Community. Leider gibt es das dort. Alle, die diesen Podcast hier hören, sind, glaube ich, aber schon ein gutes Stück weiter, denn ich habe jetzt schon mal eine halbe Stunde geschafft, in der wir über dieses Thema gesprochen haben, in der wir eingetaucht sind. Wir werden jetzt gleich dann in die Klage reingehen beziehungsweise da genau die Punkte mal durchgehen. Also jetzt nicht Stück für Stück, aber werden ein paar Sachen durchgehen, die da eben bodeln und die aufgekommen sind. Das jetzt noch als Frage, ich hatte es angedeutet, der WWE-Verkauf an Endeavor. Glaubst du, das hat man gemacht, weil man wusste, was da kommt und vielleicht hatte man Angst, wenn Vince weiter die alleinige Spitze der WWE hat und wenn das rauskommt, dass diese Company das vielleicht tatsächlich nicht so einfach überstanden hätte, als wenn mit TKO jetzt eine neu gegründete Firma da drüber steht, die dann vielleicht noch mal mit frischerer Reputation sagen kann, wir verurteilen das und werden das intern besprechen und dann ist Vince raus und dann stehen sie da wie, ja, wir haben gehandelt. Kannst du dir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat oder glaubst du, dass der WWE-Verkauf und jetzt die Anschuldigung, dass das ganz unabhängig voneinander zu behandeln ist? Nein, ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich denke, für Vince McMahon alleine war es ja schon eine Möglichkeit, wieder zurückzukehren von ihm und auch für die anderen haben vielleicht sich durchaus gedacht, wenn dieser Verkauf vonstatten geht, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, wenn dann irgendwas davon ins Licht kommt, Vince McMahon loszuwerden. Die Möglichkeit, was passiert wäre, wenn er immer noch die Stimme erhält hätte, das weiß ja auch niemand, ob er dann zurückgetreten wäre oder ob er das nicht weitergemacht hätte und was es im Grunde dann für die Aktie bedeutet hätte, etc. pp. So hat man halt, man hatte die Chance, ihn jetzt im Grunde zum Rücktritt zu bewegen, sage ich mal, oder wenn er nicht selber gegangen ist, hätte man ihn halt auch erfeuern können. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Ich finde halt auch ein bisschen interessant, aber wie dieser Deal zustande gekommen sein muss. Es gibt jetzt zwei, also diese ganze Geschichte ist im Grunde wie so ein Baum mit unendlich vielen Würzeln, die in alle möglichen Richtungen spreizen. Das ist, du kannst dieses Thema, da könntest du wirklich, weiß ich nicht, stundenlang drüber reden. Ariel Emanuel, schließt jemand einen Milliardendeal ab, wenn er weiß, dass es da so einen Skandal gab, ohne sich zu informieren über die Hintergründe? Weil nur, wenn er nicht informiert wäre, ist es doch ein Grund, Vince McMahon zurückzuholen, oder? Oder hat er das doch irgendwie gewusst und hat ihn trotzdem zurückgebracht? Das wäre ja... Also er kommt aus der Nummer eigentlich nur raus mit, ich wusste nichts davon. Das ist eigentlich sein einziges Leben. Dann muss doch jetzt aber die Konsequenz sein, sich mit dem alten Vorstand zu beschäftigen, der wohl davon wusste und nicht entwickelt hat. Was heißt das denn jetzt? Sind da Nick Khan und Triple H wirklich noch tragbar? Genau das ist halt der Punkt. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Du könntest jetzt sagen, okay, er wusste das, dann kommt er nicht gut weg, er wusste es nicht, dann wurde er vom alten Vorstand offensichtlich nicht ausreichend in Kenntnis gesetzt. Dann wird der alte Vorstand sagen, wir wussten es auch nicht. Aha. Wie gesagt, das sind wir beim Thema. Was genau haben die ermittelt? Für was genau wurden da Millionen ausgegeben? Warum hat man eigentlich das Opfer nicht kontaktiert? Das ist nämlich, also das ist ein wichtiges Detail an der Stelle. Es gab, als dieses Komitee ermittelt hat, damals noch zu auch den Vorwürfen von Rita Chatterton, ging es darum, dass eben Janelle Grant sich angeboten hat. Sie hat gesagt, ich bin ein Opfer, ich bin betroffen, ich möchte euch, mit euch meine Geschichte teilen und möchte mich aussprechen. Und das wurde ignoriert. Und damit wurde, ja, durchaus eine wichtige Person ausgelassen, die dabei hätte helfen können, zu überprüfen, was an den Anschuldigungen dran ist oder nicht. Und das ist halt, also richtig, und da frage ich mich halt auch, wenn das sauber angegangen wird von TKO, dann darf es jetzt nicht damit beendet sein, dass Vince McMahon weg ist. Dann muss es jetzt weitergehen und dann müssen auch Triple H, auch Stephanie McMahon, auch Nick Khan, alle, die bei diesem Board beteiligt waren, dann müssen die einzeln befragt werden. Warum habt ihr euch dafür entschieden, diese Frau nicht anzuhören? Hat euch diese Frau überhaupt gefragt? So kann man ja dann auch so rangehen. Oder wurde sie kontaktiert? Genau. Eine Person aus dem Vorstand oder ehemalchen Vorstand hat ja gesagt, man hat sie kontaktiert. Aber das muss jetzt gefragt werden. Das sind jetzt genau die Schritte, die gegangen werden müssen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ist das in meinen Augen dann, ja, Scheuklappen. Genau, das ist halt auch die Aufarbeitung dieses Falls. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Start dieser Aufarbeitung sonderlich gut ist. und es zeigt halt, in was für einer pervertierten Welt wir auch leben irgendwie. Vince McMahon's Rücktritt reicht zu, dass Slim Jim wiederkommt. Lässt mich an deren Motiven auch ein bisschen zweifeln. Es geht im Grunde dazu, eigentlich meistens darum, öffentlich irgendeinen Sündenbock hinzustellen, auf den man schieben kann und dann macht man weiter wie zuvor. Also, ja, wie gesagt, es ist auch spannend zu sehen, was Erwin Emanuel macht. Man muss sich ja auch die Frage stellen, guck, solche Sachen kommen ja offensichtlich immer erst ins Licht, kurz bevor, weil es ja so ein bisschen journalistisch oder so guter Wille ist, dass Journalisten denjenigen oder die Firma, über die sie einen Artikel schreiben, dann auch immer mal kontaktieren und Stellungnahme bitten, bevor das erscheint. Wir erinnern uns mal, als das losging, als The Wall Street Journal im Grunde diesen Artikel veröffentlicht hat. Da ist man dann plötzlich irgendwie dann doch auf die Idee gekommen, mal zu sagen, ja, wir ermitteln da, weil da irgendwie zweistellige Millionensummen fehlen. Wir reden doch hier nicht von 10.000 Euro. Möchtest du mir erzählen, dass in so einer Firma mit einer Finanzabteilung, dass es dort niemandem auffällt, wenn dort zweistellige Millionensummen irgendwo hin versickern? Was heißt das denn jetzt über die Firma? Kannst du mir das mal erklären? Und es ist mit Abstand nicht das, es ist mit Abstand nicht das Schlimmste. Also das ist mit Abstand nicht das Schlimmste in der Geschichte. Nee, überhaupt nicht. Es zeigt eben halt auch, dass es ein bisschen unglaublich ist zu behaupten, das hat niemand vorher was gewusst. Und deswegen, deswegen ist die Klage, über die wir jetzt sprechen, auch nicht nur an Vince McMahon gerichtet, nicht nur an John Laurinaitis gerichtet, sondern auch an World Wrestling Entertainment, an die ganze Firma gerichtet von Janelle Grant. Und das steckt ja drin, dass es dann eben nicht nur darum geht, dass Vince McMahon sich Verfehlungen geleistet hat, sondern dass eine ganze Firma, dass ein ganzes System versagt hat, um hier eine Frau zu beschützen. So kann man es ja sagen. Und ja, gerne jetzt noch vorwort und dann gehen wir in die Klage rein. Wie du schon sagst, eine Frau zu beschützen. Also was im Grunde mit den anderen waren, die das Geld bekommen haben, das weiß man ja im Grunde auch gar nicht. Im Grunde, so Vorwürfe gab es da auch noch von anderen, die im Grunde gar nicht bekannt sind. Das ist nur eine davon. Das ist im Grunde ein Opfer, was jetzt vorgegangen ist. Für meine Meinung nach, wenn man sich das durchguckt, wie gesagt, diese Textnachrichten und so weiter reichen da im Grunde schon aus, wo Vince McMahon auch gewisse Sachen indirekt zugibt, ich gehe davon aus, dass ein Anwaltsbüro prüft, ob diese Textnachrichten irgendwie wirklich real sind und da nicht nur irgendwelche Screenshots rein hat, die manipuliert sind. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Unmöglich ist nichts, aber das wäre halt auch das Ende für diese Anwaltskanzlei, um ehrlich zu sein. So heißt es, es darf sehr bezweifelt werden, dass nicht zumindest Teile aus diesen Antlageschrift definitiv stimmen werden. Wie gesagt, wenn diejenigen, die das eingereicht haben, nicht komplett von allen guten Geistern verlassen sind. Und da ist jetzt halt auch ein bisschen die Frage, wie gesagt, welches Klima hat man dort innerhalb der Kombi, dass sowas über Jahre möglich ist, dass es offensichtlich auch mit mehreren Frauen möglich ist, wie tief geht dieser Eisberg? Und ja, vor dem Hintergrund halt auch erschüttern, dass sich da irgendwie Natalia hinstellt und sagt, ja, das Einzige, was wir als Frauen jetzt tun können, ist, in die Zukunft zu schauen. What the fuck? Was stimmt mit euch Leuten denn nicht? Also, die letzten Tage waren wirklich ein bisschen erschütternd. das ist, boah, da hört man wirklich, also, wie sagt man, Wrestling, irgendwie, wenn man da Jahrzehnte dringend schickt, weiß man, dass es im Grunde viele dunkle Ecken gibt und dass da, ja, dass das nicht so schillernd ist, wie es vielleicht manchmal erscheint, aber die letzten, die letzten Tage waren echt nicht schon irgendwie ein ziemlicher Downer irgendwie, was das angeht. Janelle Grant wird übrigens repräsentiert von Ann Callis, das ist eine ziemlich, ja, doch renommierte Anwältin, auch in den USA, war auch Richterin auf Bundesebene, auch in Illinois und hat demnach schon, also, das ist jetzt nicht mal eben eine Hobbyanwältin, um es jetzt mal so zu sagen, sondern, das ist eine Frau, die, ja, in ihrer Karriere seit 1995, ging die ziemlich steil, schon sehr viel erlebt hat, die eine Reputation hat und die sich dann eben dieser Sache angenommen hat. Natürlich muss man bei so Klagen auch immer fairerweise dazu sagen, die sind natürlich auch so formuliert und auch so angelegt, dass sie natürlich mit dem Drast, am drastischst, möglichsten Stilen und Wegen und Mitteln zeigen, was schiefgelaufen ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie in Blümchenschrift, sondern das ist wirklich so, dass es dich maximal verstört formuliert. Also wirklich bis ins allerletzte Detail hinein. Wir gucken da jetzt mal auf ein paar Sachen. Das ist übrigens auch, ne, so eine Sache, äh, von wegen, wir wussten nichts und so weiter und so fort. Über den Vorfall, über den wir jetzt sprechen, der begann 2019 sich, äh, zu ereignen und können gleich noch drüber sprechen, warum der jetzt vermeintlich aufgeflogen ist. Ähm, die Tatsache zu glauben, dass Vince McMahon, der 40 Jahre in einer Alleinherrschaft, in einem Business wie dem Sports Entertainment geherrscht hat, einfach mal auf seine frühen 70er komplett durchdreht und zum Sexualstraftäter wird, ist auch naiv an der Stelle. Natürlich, es, es gibt kein Gerichtsurteil, es ist, wir werden jetzt hier nicht sagen, äh, Vince McMahon ist verurteilter Sexualstraftäter. Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber, es ist, wenn du dir die Sachen zusammensetzt, die es gibt, und da reden wir wieder über die Rita Chatterton-Geschichte, die 2022 schon für eine Untersuchung gesorgt hat, also die jetzt zumindest nicht, auch mit, die wurde ja nicht widerlegt. Es wurde ja einfach eingestellt. Und, dann gibt es eben, ja, wenn du jetzt diesen Fall hier anschaust, ähm, eigentlich nur eine sehr kleine prozentuale Chance, dass Vince McMahon jetzt zum allerersten Mal mit etwas mehr als 70 Jahren auffällig geworden ist. Und, das, äh, finde ich, ist noch, ist noch ein Punkt, ähm, ja, wo ich auch, wo ich nicht umherkomme zu sagen, es braucht lückenlose Aufklärung, nicht nur über diesen Vorfall, sondern über alles, was da die letzten 40 Jahre eigentlich passiert ist. und, äh, General Grant hat über ihre Anwältin ja auch verlauten lassen, sie wünscht sich, dass, äh, andere mögliche Opfer, sie hat gesagt, sie hat keinen direkten Kontakt zu anderen Opfern, sie kann nicht zu 100 Prozent sagen, ob es andere gibt, die, äh, die auf eine ähnliche Art und Weise unter Vince McMahon so gelitten haben. Aber sie wünscht sich, wenn es diese Frauen gibt, dass die jetzt durch ihren, durch ihre Anklage, die veröffentlicht wird, den Mut gewinnen, sich auch zu äußern. Wir wissen, dass es NDAs gibt, ja, also wir wissen, dass es, äh, Zahlungen gab, das ist ja der Gegenstand der letzten Jahre gewesen. Und das, finde ich, ist, äh, auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir jetzt hier nicht von, ja, einem Einzelfall reden, sondern es geht gegen das System, Vince McMahon, WWE und dann eben auch John Laurinaitis, der da mitschwingt. Das ist noch eine wichtige Anmerkung und voraus, finde ich. Absolut. Ich denke, es ist halt heutzutage auch wesentlich einfacher, solche Sachen wirklich noch zu untersuchen als in früheren Jahren. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in den USA ist, aber ich denke mal, es wird auch dort Möglichkeiten, einfach, Möglichkeiten geben, einfach zu schauen, na, von wem denn diese Nachrichten zum Beispiel kamen. Ich meine, in den 80ern, na, da war oft Aussage gegen Aussage. Wenn es keine größte Weislage gab, hier gibt es halt technisch auch die Möglichkeiten, da was zu überprüfen. Oder sollte es geben, ne, also wem da die gewisse Nummer gehört hat, das sollte irgendwie nachweisbar sein. Also wenn es McMahon nicht gerade behaupten will, dass seine Frau Linda das Telefon geklaut hat und geschrieben hat, dann wird es halt ein bisschen schwer zu erklären zu sein, wie das denn da zustande kam. Das kann man heutzutage prüfen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Screenshots auch nicht irgendwie, wie gesagt, nur von ihr gemacht wurden und eingereicht wurden, sondern dass die auch noch irgendwie tatsächlich vorliegen und dann sollte es prüfbar sein. Wie gesagt, man muss immer, es gibt immer Unwägbarkeiten, man kann immer sagen, dass das alles doch irgendwie nicht so ist und dass es irgendwie gefegt sein könnte. Und zu 100 Prozent kann man es nicht ausschließen, scheint mir aber zumindest aktuell ein bisschen unwahrscheinlich zu sein. Und da ist halt die Sache, natürlich, wenn sich da noch mehr melden würden, wäre das wahrscheinlich ganz sinnvoll und das mit den NDEs ist halt auch ein interessantes Konzept, sage ich mal. Aber in dem Moment, wo es eben halt in eine kriminelle Art und in eine kriminelle Richtung geht, dann wird es halt schwierig, sage ich mal. Und sollte es, denke ich mal, auch in den USA werden. Sie hatte halt die Möglichkeit, diese Klage auch einzureichen, weil offensichtlich die Zahlungen, die man ihr versprochen hat, nicht geleistet wurden. Wie das jetzt sich rechtlich verhält bei den Leuten, die tatsächlich wie vereinbart bezahlt wurden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber von der Logik her verstehe ich halt nicht, wie man, aber gut, hier geht es absolut nicht um Moral. Wenn da halt irgendjemand vortritt mit einem NDE und im Grunde auch eine Klage einreicht, aber sagte ich ja auch, dann wird sie am Ende oder die Person am Ende verklagt. Das zeigt ja im Grunde schon, dass es mit Moral da nicht weit her ist. Aber das ist ja jetzt auch nicht neu, dass man Aufklagen mit Gegenklagen antwortet. Gucken wir auf einige Punkte, die in dieser Klage vorkommen, worum geht es grundsätzlich. General Grant hat eine Klage eingereicht, in der sie behauptet, Opfer von körperlichen und emotionalem Missbrauch, sexuellen Übergriffen und auch sexuellem Handel, Menschenhandel bei WWE geworden zu sein. Vince habe sie umgarnt, ungefragt, intime Details geteilt und ihr dann eben eine Aussicht gegeben, bei WWE anzufangen. Die haben sich 2019 kennengelernt. Grant kam durch finanzielle Schwierigkeiten nach dem Tod ihrer Eltern in Kontakt mit McMahon. Und McMahon hat ja dann eben Hoffnung auf eine Anstellung bei WWE gemacht. Grant hatte auch finanzielle Schwierigkeiten, war, nach diesem Schicksalsschlag wirklich existenziell komplett am Boden. Dann hat sie eben Vince McMahon kennengelernt, hat ihr Hoffnung gemacht auf eine Anstellung bei WWE, soll ihr sogar eine Rolle als Vice President auf lange Sicht in Aussicht gestellt haben. Sie hat schließlich dann in der Talent Relations Abteilung viel gearbeitet und Stück für Stück hat Vince McMahon Grenzüberschreitungen an den Tag gelegt, weil es ein, wie es in der Klage heißt, Uneven Playing Field gab. Also von Anfang an war da überhaupt keine Augenhöhe, sondern General Grant soll sehr verletzlich gewesen sein und sehr abhängig und das schien eben dann in maximalster Instanz ausgenutzt geworden zu sein. Grant behauptet, McMahon habe sie mit Karriereversprechen gelockt, sie ausgenutzt und dann andere Männer innerhalb und außerhalb des Unternehmens weitergereicht. Laut Klage fühlt sich Grant zu einer sexuellen Beziehung zu McMahon gedrängt. Es wird behauptet, dass McMahon und seine Anwälte drohten, ihre Reputation zu zerstören und ihr Leben schwer zu machen. Außerdem wird behauptet, dass Grant auch sexuelle Begegnungen mit John Laurinaitis zu diesen gezwungen wurde. McMahon soll explizite, teils pornografische Aufnahmen von Grant an verschiedene Personen, darunter möglicherweise Brock Lesnar, weitergegeben haben. Der Name ist nicht wörtlich dort erwähnt, aber es passt exakt zu dem Timeframe ein WWE und UFC dekorierter World Champion, der zu der Zeit verhandelt hat und zu einem neuen Vertrag bewogen werden sollte. Und ich sag mal so, Jens, an dieser Stelle, Brock Lesnar steht nicht drin und es gibt Menschen, die sagen, ja, wenn Brock Lesnar nicht drinsteht, dann war es ja auch nicht. Jetzt war er nicht beim Royal Rumble. Ist das im Endeffekt ein erstes Zugeständnis, dass dann eben, also ich glaube, wir sind uns da einig, aber das ist ja eigentlich ein ganz klares, deutliches Signal, dass dort reagiert worden ist und dass Brock Lesnar nicht wie geplant und das war wohl sehr sicher vorgesehen, an diesem Rumble teilgenommen hat. Ja, definitiv. Also ich glaube, das war jetzt einfach die Folge, weil man das nicht bringen konnte. Lesnar steht nicht drin, aber sagen wir mal so, im besten Fall stehen die Chancen 50-50. Ehemaliger UFC-Fighter und WWE-Superstar, dessen Vertrag verlängert wurde, als Alternative käme noch mit Riddle in Frage. Kane Velasquez. Kann man jetzt noch prüfen, ob der damals seinen Vertrag verlängert hat und ich glaube nicht. Das heißt, man hat es runtergekürzt auf eine Person. Also, also er steht namentlich nicht drin, aber er steht doch drin, irgendwie. Und natürlich ist das die einzige konsequente und richtige Vorgehensweise, ihn dementsprechend zu streichen. Selbst wenn, wenn sich aus irgendeinem Grund herausstellen sollte, dass das alles falsch ist und so weiter, aber wäre einfach kein gutes Zeichen gewesen. Es geht um Kontrolle und Trauma. McMahon soll das private und berufliche Leben von Grant kontrolliert und ein tiefes Trauma hinterlassen haben. Grant wurde im Juni 2019 quasi als Verwaltungskoordinatorin eingestellt und eine speziell für sie geschaffene Position. Im März 2021 wurde sie in der Abteilung der Talent Relations dann eben eingesetzt. McMahon begann ab März 2020 sexuelle Bilder und Videos von Grant mit anderen Personen innerhalb, außerhalb der Company zu teilen. Die Anklage enthält einige sehr explizite, verstörende Details. Jetzt kommt so der Punkt, wo die Triggerwarnung dann auch so greift. Und da geht es um explizierte Ausführungen, wie, das ist jetzt nur eins von mehreren Beispielen, wie sie zum Beispiel im WWE Headquarter in einem abgeschlossenen Büro von Vince McMahon und John Laurinaitis in eine Ecke gedrängt und zu sexuellen Handlungen gezwungen wurde. Zitat, ab jetzt gilt No means yes und take it bitch, während Grant auf dem Tisch zwischen Laurinaitis und McMahon festgehalten und sexuell bedrängt worden ist. Im Mai 2020 tragen sich dann weitere widerwärtige Ereignisse zu während eines Threesomes. Hier geht es um ekelhafteste Details zu Körperflüssigkeiten, wie McMahon sich selbst im Badezimmer frisch macht, dann für 1,5 weitere Stunden sexueller Handlungen nachgibt. Die Frau weiter auffordert, den Abend bei ihr zu bleiben. Es werden Zeiten arrangiert, wann sie bei anderen Mitarbeitern, wann sie bei John Laurinaitis sein kann, um ihn sexuell zu befriedigen. Und ist vielleicht an dieser Stelle auch ein gute Möglichkeit, um für mich auch einfach nochmal hier festzustellen. Ich habe, als ich dieses Dokument gelesen habe, diese 67 Seiten, wie viele es waren, ich habe nach einer Stunde habe ich tatsächlich, ich habe dann erst mal Computer runtergefahren und bin duschen gegangen und habe wirklich gemerkt, wie mich das richtig in so einen ganz merkwürdigen Zustand versetzt hat. Ich war auf so eine Art und Weise angewidert, und wollte Abstand von diesem Thema gewinnen. Das habe ich im Wrestling-Kontext so tatsächlich noch nicht erlebt. Und für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich persönlich macht es das auch einfach super schwierig, mit diesem Thema umzugehen. Und ich muss mich richtig zusammenreißen, wenn ich dann von Menschen auf Twitter lese, die dann irgendwie behaupten, ja, es gilt immer die Unschuldsvermutung und es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die hat da einfach ein bisschen übertrieben und ist da eh noch kein Urteil gesprochen. Wenn ich das lese und in diesen 67 Seiten reinschaue, in die jemand, der so einen Kommentar schreibt, definitiv nicht reingeschaut hat, dann wird mir übel. Und dann ist das wirklich, auch so für die Arbeit, die wir jetzt leisten, finde ich, ist das eine Herausforderung. Und eine, bei dem ich es auch keinem übel nehme, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema, ich kriege es nicht hin, mich damit so tief zu befassen. Jetzt, wir haben das jetzt getan, du bist auch wirklich, du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du bist vielleicht sogar zu tief in der Thematik drin. Und auch du, kann ich mir vorstellen, merkst dann, dass das einen runterzieht, oder? Das ist auf so eine Art und Weise verstörend. Ja, natürlich. Ich meine, es ist vergleichbar, auch wenn ich das selber irgendwie, wie sich Leute, die damals irgendwie schon berichtet haben, irgendwie bei der ganzen Benoit-Sache gefühlt haben. Zumindest, wie gesagt, vielleicht nicht genau gleich im Läumen, keine Ahnung. War damals in einer anderen Situation. Aber ähnlich ist es halt hier auch. Es zieht halt unweitig runter, weil am Ende ist es ja nur doch irgendwie ein Business, das wir lieben und da sind Leute involviert, die wir irgendwann mal mochten oder bewundert haben oder was auch immer. Und ja, diese ganze Story ist halt, weiß ich nicht, die ist halt ekelhaft, auf so vielen Ebenen. Und ja, es gilt die Unschutzvermutung, das ist schon richtig. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass niemand von denen, die es behauptet haben, sich das ganze Papier wirklich mal durchgelesen haben. Und in der heutigen Zeit, wie man eben halt hier auch deutlich sieht, an dem Beispiel, ist die Sache mit der Unschuldsvermutung, das ist richtig, dass im Grunde niemand schuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Das Problem hieran ist halt auch, selbst wenn er schuldig ist, heißt das heutzutage nicht mehr, vor allem nicht in den USA, dass du verurteilt wirst, sondern du zahlst halt Geld, wenn du es hast. Das heißt, ja, Schuld ist Vince McMahon im Moment nicht. Aber im Grunde ist das so ein bisschen schrödiger als Katze. Bis er seine Unschuld bewiesen hat, ist er für mich auch nicht unschuldig. Und wenn er sich irgendwann dann rauskauft, ist er für mich immer noch nicht unschuldig. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Die Situation ist eine andere, die Situation ist in den USA ein bisschen eine andere, auch durch die NDEs. Man muss halt ein bisschen dazu sagen, ja, man kann das immer relativ schnell so abtun. Lies dir das durch, erkläre mir, wie das zustande kommt, ohne zu sagen, ja, ist ohnehin alles gelogen. Ist ein bisschen einfach, glaubt, ne? Widerspricht auch in gewissen Punkten eben halt, habe ich schon angesprochen, ein bisschen auch jeder Logik. Beschäftige dich mit dem Thema so, schau dir die Timelines an, schau dir auch Geschichten an, die es von früher gibt. Fasse das alles zusammen, wenn du umfassend informiert bist, erkläre mir, wie du auf die Idee kommst. Ähm, zu sagen zu können, ähm, ja, ne, er ist wahrscheinlich unschuldig, das ist alles nur erfunden, oder solange mir die Schuld nicht bewiesen ist, ist er unschuldig. Dafür gibt es hier zu viele Fragezeichen. Und bis diese Fragezeichen beantwortet sind, will ich mich mit so einem Quatsch, dass hier irgendjemand behauptet, äh, ist halt so schlimm, wartet doch mal ab, auch nicht befassen. Wenn man abwartet, wird gar nichts passieren. Das ist ein bisschen das Problem, und das sieht man jetzt auch im Grunde schon. Also man hat es an dieser Slim-Chimp-Sache gesehen, man kann es anhand des Kommentaren sehen. Na, wenn man das ruhen lässt, äh, sich nicht damit beschäftigt, dann wird das versickern. Im besten Falle ist es so, wenn es McMahon nimmt, halt noch mal ein bisschen Kohle in die Hand, davon hat er ja genug, ne, und dann verschwindet das Thema. Und dann stellen wir uns wieder hin und, äh, äh, Stephanie McMahon oder Triple H oder weiß ich was nicht, nimmt irgendwann Vince McMahon in die Hall of Fame auf und alle rufen Thank You Vince. Erinnerst du dich daran noch, die Geschichte? Leider ja. Ja, darf man, darf man nicht vergessen, sowas, ne. Und vielleicht sollten wir, ne, sollte man wirklich mal dahin kommen, dass man gewisse Dinge nicht vergisst. Na, also, aber wie gesagt, das ist halt, ähm, ich kann jeden verstehen, der sich damit nicht befassen will, nicht tiefer befassen will, ne, aber, ähm, äh, wer sich damit befasst hat und, ähm, da nicht zumindest ein komisches Gefühl im Magen bekommt, sondern das abtut mit, äh, ja, er ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiegen ist und jetzt machen wir mal weiter, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, keine Ahnung. Verschwiegenheitserklärung ist jetzt auch nochmal ein Stichwort. Grant unterzeichnete 2022 eine Verschwiegenheitserklärung, äh, von McMahon, der sich zu einer Zahlung von 3 Millionen Dollar verpflichtet hat. McMahon hat und das, McMahon stellte die Zahlung ein, nachdem ein Drittel gezahlt worden ist, ähm, und Grant möchte jetzt dieses NDA, das hat auch, ähm, 2022 gab es in den USA eine, äh, rechtliche Anpassung, dass NDAs im, äh, Zuge von sexuellen, äh, Übergriffen und Missbrauch, äh, keine Gültigkeit haben. Um es stark zu verkürzen jetzt an der Stelle. Ähm, und, und Grant hat im Endeffekt, ähm, ja, dann schon signalisiert, okay, sie, sie, äh, bereitet da was vor. Vince McMahon hat darin gesehen, okay, sie bricht das NDA, dann werde ich ihr auch keine weiteren Zahlungen zukommen lassen. Kann man, kann man jetzt an der Stelle sagen, hätte Vince McMahon, weil wir wissen es nicht hundertprozentig, aber hätte Vince McMahon die Zahlungen weiter durchgezogen, dann wäre das jetzt nicht in dieser Art und zwei, äh, Art und Weise ans Licht gekommen? Ist es da wirklich jetzt an diesen restlichen zwei Millionen gescheitert? Ist das auch einfach diese, ja, typische McMahonsche Sturköpfigkeit von wegen, ja, wenn die sich nicht dran hält, dann halte ich mich auch nicht dran so ungefähr. Kann ich mir gut aus vorstellen, Sturköpfigkeit trifft es ja ganz gut. Es ist halt, ne, andere würden sagen halt Dummheit, ne? Bezahl halt die paar Kröten, für dich Kröten weiter, ne? Und hoffe einfach das Beste, dass es nicht an die Öffentlichkeit geht, oder höre auf zu zahlen und, äh, proviziere es noch. Ich meine, wahrscheinlich gut, dass er es gemacht hat, weil so ist es ins Tageslicht gekommen, ne? Wer weiß, ob es sonst der Fall gewesen wäre. Aber, ähm, ja, sagt, glaube ich, auch ein bisschen was aus. Sind wir uns mal ganz ehrlich, ne? Wir jetzt hier nicht Hobby-psychologisch spielen, aber Vince McMahon ist eigentlich auch jemand so ein bisschen mit dem Gottkomplex, oder? Also ich glaube, der, der, ihm fällt das ganz schwer irgendwie einzusehen, wenn er Fehler macht oder was er nicht im Recht ist. Ich glaube, das merkt man schon irgendwie, Also auch die Aussagen, dass er zurückgekommen ist, weil er der Meinung ist, er wurde damals falsch beraten, ist jetzt halt auch nochmal, ne? Er sieht nochmal, irgendwie ist es nochmal, kommt in ganz anderen Lichter her, ne? Es ist erstaunlich alles irgendwie. Wenn ich jetzt sonst noch hier weiter schaue, ähm, Hintergrund war jetzt auch Linda McMahon, die Frau von Vince hat das auch mitbekommen und, ähm, dann wurde da sich quasi untereinander abgestimmt und, äh, Vince hat gesagt, ja, das muss jetzt, äh, aufhören, beziehungsweise, daraufhin ist eben diese, äh, Verschwiegenheitserklärung entstanden und deswegen hat, ähm, hat, hat General Grant die im Endeffekt unterschrieben, weil Vince McMahon, das hatten wir vorhin schon, dann eben auch einen sehr großen psychologischen Druck ausgeübt hat, von wegen, wenn das ans Licht kommt, wenn hier eine Scheidung ans Licht kommt, dann wird dein Name überall auftauchen und dann wirst du für immer verfolgt sein von, äh, von, von, ja, von allem und, äh, wirst nie wieder ein normales Leben führen können. Ich glaube, das kann sie so jetzt auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ähm, und, und das als Hintergrund vielleicht ist auch noch, äh, eine wichtige Einordnung und, ja, es gab auf dem, auf dem US Criminal Law Network, aber ich weiß leider nicht mehr gerade den, den genauen Sendernamen, gab es auch noch mal einen, einen Clip dazu, wie die Anwältin, Anne Callis, von der ich vorhin sprach, mit einer Moderatorin gesprochen hat und da erfährt man auch noch mal viel zur Position, äh, Position von Grant. Ich kann mir vorstellen, dass eben, äh, um noch mal darauf zurückzukommen, dass eben die Leute, die dann sowas sagen wie, ja, erst mal geht ja auch Unschuldsvermutung und so weiter und so fort, was ja, wo ich ja überhaupt nicht hart gegengehe im Prinzip, ja, bis jemand verurteilt ist, gilt erst mal, dass dieser Mensch, äh, unschuldig ist, es ist nicht verurteilt dann, aber, ich bin mir sehr sicher, diese Menschen werden sich nicht im Ansatz so ausführlich mit der Klägerseite beschäftigt haben, wie sie es dann damit haben, zu sagen, dass ja, solange die Unschuldsvermutung für Vince McMahon gilt, bis was passiert ist und ich habe viele Seiten eben aus diesem PDF durchgewühlt, ich habe die Interviews gewühlt, Podcasts mir angehört und auch noch mal mit dieser, ähm, 2022er-Geschichte als Vince abgetreten ist, mich versuche da auch noch mal in die Details reinzufuchsen, es hilft halt, diese ganze Sache zu verstehen und auch hier zu sehen, wie die Anwältin, der Moderatorin erklärt, wie sich das zugetragen hat, wie du auch merklich dann mitkriegst, wie die Moderatorin auch Stück für Stück sprachloser wird. Es geht dann um die Screenshots und wir haben die jetzt vorhin schon mal angesprochen, klar gibt es eine prozentuale Chance, dass die manipuliert sind, aber das sind eigentlich Dinge, die relativ schnell widerlegbar sein müssten. Gab es in irgendeiner Art und Weise von einem Sprecher von Vince McMahon den Hinweis darauf, dass diese Screenshots definitiv falsch sind? Es gab ein grundlegendes Statement, von wegen, das ist alles generell, wir werden unseren Namen freimachen und das stimmt nicht und so, aber dann muss man das ja beweisen können. Na, ich gehe halt mal stark davon aus, dass diese Beweise darauf hinauslaufen werden, dass man sagen würde, ja gut, die Screenshots sind von uns, wie gesagt, es muss nachvollziehbar sein, von welcher Nummer das Ganze kam, wem die Nummer gehört, das muss herausfindbar sein. Das sollte für die Anwaltskanzler herausfindbar sein und ich glaube nicht, wenn das komplett unklar ist, dass die so eine Rolle spielen würden in diesem Dokument, ich glaube auch, dann hätte die Anwaltskanzler gesagt, so brauchen wir sie doch nicht antanzen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, für Vince McMahins Seite wäre es relativ einfach zu sagen, hier, das kommt nicht von uns, ist nicht unsere Nummer, können wir belegen, ist ja auch nachvollziehbar oder was heißt, lass das überprüfen, von wem diese Nummer ist und dann wird sie herausstellen, ist nicht meine, das heißt, da ist schon ein Teil weg und schon ist die deutlich unglaubwürdiger als vorher. Es wäre also relativ einfach. Deshalb glaube ich, es wird darauf hinauslaufen, dass ja, man sagt ja, das, was in den Texten drin steht, das ist schon richtig, aber sie wollte das alles und alles andere, was drumherum ist, was man nicht beweisen kann, stimmt nicht. Darauf wird es hinauslaufen. Das bedeutet, dann ist immer noch wahrscheinlich das, was in dem Text drin steht und dann in diesen Textnachrichten drin steht und dann gucken wir uns mal an, was dort drin steht und was er dort im Grunde zugibt. Da gibt er zu, dass er sie im Grunde wie ein Zuhälter an Brock Lesnar oder wem auch immer weitergereicht hat. Das reicht also schon vollkommen aus. Wenn selbst der ganze Rest nicht stimmt, den man nicht direkt belegen kann, wenn das stimmt, was in diesen Textnachrichten steht, reicht das schon vollkommen aus. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass es eigentlich relativ einfach ist, sein sollte, zu beweisen, von wem diese Textnachrichten kamen oder auch das Gegenteil zu beweisen oder die Gegenseite könnte auch sagen, hier, guck nach, von welcher Telefonnummer das kam, weiß nach, dass es, oder guck nach, wem die Telefonnummer ist. Das muss alles ausfindbar sein. So anonym kann das nicht sein. Und das muss ja von allen Sachen eigentlich am schnellsten gehen. Ja. Also es wäre relativ schnell so oder so vom Tisch gefickt. Und ich gehe davon aus, es wird daraus hinauslaufen, dass wenn das wirklich vor Gericht geht, dass man sagen wird, ja, die Textnachrichten sind von uns. Der Kontext ist aber ein anderer. Sie wollte das alles. Und alles andere, was man mir nicht nachweisen kann, stimmt halt nicht. Ich gehe davon aus, darauf wird es hinauslaufen. Das bedeutet, naja, dann gucken wir uns die Textnachrichten an und schauen wir doch einfach mal, wie da die Ausgangslage ist. Ob man da auch sagen kann, er ist unschuldig. Selbst wenn der Rest alles nicht stimmen würde. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn das stimmt, wenn er sie eben halt wirklich angeboten hat als quasi als Vertragsbonus und weitergereicht er dann John Lurie Nathus, ja, warum sollte denn der Rest nicht stimmen? Oder nicht zumindest einiges? Das reicht ja schon aus. Dadurch, dass er auch trotzdem noch andere involviert sind, müsste es ja aber auf irgendeine Art und Weise, also wenn die Argumentationskette sein sollte, das sind alles Lügen, sie wollte das so, es geht nur darum, zum Beispiel Vince McMahon zu diffamieren. Dann muss sich das ja aufgrund der Leute, die damit verwoben sind, auch eigentlich nachweisen lassen. Dann müssen ja mehr Leute befragt werden. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen der Loyalitätstest. Wie viele Leute würden unter einer gerichtlichen Situation dann auch sagen, ja, nee, das haben wir nie mitgekriegt, also der Vince hat sich da nie was zu Schulden kommen lassen. Da wäre ich gespannt, wenn, aber das ist an der Stelle wichtig, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Denn, wenn ich mich jetzt so umhöre und versuche dann daraus abzuleiten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vor Gericht geht, kann ich mir vorstellen, dass gerade auch in Area Manual, dass das TKO jetzt alles daran setzen wird, dass das außergerichtlich geregelt wird. Dass es irgendeine außergerichtliche Einigung gibt und dann, ja, dann ist die Sache deutlich leichter vom Tisch, weil wenn das vor ein Gericht gehen sollte, dann wird es richtig untersucht. Und dann bin ich gespannt, wie sich die äußern würden, die jetzt sagen, ja, warte doch mal ab, Unschuldsvermutung. So klein mit Hut wären die vielleicht danach. Aber, das ist ein persönlicher Take, wenn wir, wenn wir wieder aus dem neutraleren Blickwinkel drauf schauen, ich kann mir vorstellen, dass das für TKO jetzt und auch für Area Manual eher der Weg sein wird, auch Vince McMahon, dass er versucht wird, das außergerichtlich zu erklären. Also ich sehe noch nicht, dass das tatsächlich vor Gericht geht, auch wenn das das Ziel ist, das ist der erste Schritt, das hat auch die Anwältin beschrieben, ist jetzt alles nur der erste Schritt gewesen. Wie hoch würdest du an der Stelle die prozentuale Chance sehen, dass das tatsächlich vor ein Gericht kommt? So null Prozent, eigentlich irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, es war lange Zeit im Grunde so, dass Vince McMahon nie irgendwie so ein bisschen Sachen nachgegeben hat und immer vor Gericht gegangen ist und das dort ausgekämpft hat, egal wie sehr er auch im Unrecht war. Es gibt genügend Beispiele. Der ist in den letzten Jahren dazu übergegangen, das ihm nicht mehr zu tun und diese Zahlung zu leisten. Ich erinnere an die Pensionskasse, der Feuerwehr da, also so um das Flugzeug in Saudi-Arabien ging und so. Aber das sagt im Grunde auch viel aus. Wenn er dieses Geld zahlt, die Einstellung von Vince McMahon hat, der wie gesagt schon ein bisschen so gottkomplex pflegt und umfehlbar ist, über Jahrzehnte lang hat er keinen Rechtsstreit aus dem Weg gegangen, wenn es um sowas ging. Plötzlich fängt er an, Geld zu zahlen. Das sagt schon ein bisschen was aus. Aber es gibt hier natürlich die Möglichkeit immer zu sagen, ja gut, die Schuld ist nicht bewiesen und eine Unschuld muss ich nicht beweisen und damit ist das Thema vom Tisch und leider wird das halt in der Öffentlichkeit auch oft genug hingenommen. Beispiele dafür gibt es sehr, sehr, sehr viele. Also auch in der Unterhaltungsbranche etc. pp. Das ist halt das Problem. Das ist die einfachste Möglichkeit, ein unbequemes Thema loszuwerden und Geld spielt halt für diese Leute keine Rolle. Das ist halt ein bisschen das Problem. Geld spielt keine Rolle. Da könnte man auch 100 Millionen zahlen, das würde ihm nicht wirklich wehtun. Um mal noch was anderes reinzuwerfen an der Stelle, hat jetzt nichts konkret mit der Anklage direkt zu tun, aber zeigt einfach, dass es, wenn es drauf ankommt, schwierig werden könnte, wenn es um diesen Loyalitätstest geht, zu vertuschen, dass womöglich dann doch mehr dahinter steckte und dass Vince McMahon sich nicht irgendwie doch ein paar Sachen hat zu Schulden kommen lassen, dass er sich auch immer an alles gehalten hat. Wie gesagt, davon ist erstmal auszugehen, bis das, also auch von Vince McMahns Seite wird man davon ausgehen, dass man das durchkriegt, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Es gab einen Tweet von Ronda Rousey, der in meinen Augen, also This shit hit like crack, war einer der Top-Kommentare. Da muss ich tatsächlich kurz, war ein kleiner Glanzmoment in der eher dunklen Recherche. Ronda Rousey hat geschrieben, Leute, Bruce Pritchard ist eh der Avatar von Vince. Solange Bruce Pritchard da ist, hat Vince seine Hand im Business. Auch als Vince nicht mehr bei WWE war, hat er über Bruce Pritchard alles weiter gehandelt. Einfach mal so, aus dem Nichts rausgehauen. Banger Tweet. Drei Millionen Aufrufe mittlerweile. Also, ungefragt auch einfach sich zu der Thematik geäußert. Das war kurz vorm Royal Rumble, hat auch mal eben kurz klargestellt, dass sie nicht im Royal Rumble sein wird. und war an der Stelle ein Zeichen und ich sag mal so, Ronda Rousey ist jetzt nicht die einzige. Es gibt auch weitere ehemalige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von WWE und das ist ja nur ein kleines Puzzlestück. So von wegen, okay, Vince ist nicht im Amt, aber nutzt andere Wege, um trotzdem seine Macht auszuspielen. Natürlich hat das jetzt nichts konkret mit der Anklage zu tun, aber es hat was mit dem Verhaltensmuster, mit dem Handlungsmuster eines Vince McMahon zu tun und das finde ich, fließt dann schon irgendwie mit ein und dementsprechend, ja, ich glaube, das kann man als Positionierung von Ronda Rousey kontra Vince McMahon verstehen an der Stelle. Das könnte man so verstehen, ja. Das Ding ist halt, es bestätigt halt nur, was wir doch eigentlich insgeheim mit ohnehin irgendwie wissen, oder? Ich meine auch, wie gesagt, dass es eben halt naiv ist zu glauben, da ist nur Vince McMahon und wenn man den irgendwie entfernt, dann wird alles gut. Sowas ist meistens ein System und WWE ist eben halt dann doch, also das ist jetzt nicht so ein anderer Großkonzern, wo du sagst, da ist der Chef irgendwie ein anonymes Wesen, mit dem die meisten nichts zu tun haben. Irgendwie ist, ist halt WWE doch lange Zeit so ein komischer Hybrid aus einer öffentlichen Company und einem Familienunternehmen gewesen. Also das ist halt, ja, wie gesagt, was hat man da, das ist halt nur eine Bestätigung, eine gute Bestätigung im Grunde, dass es so ist. Da arbeiten noch genug Leute, die in diesem engsten Vertrautenkreis waren. Und, ja, und wahrscheinlich auch tatsächlich Leute, die, wenn die mal auspacken würden, würden uns wahrscheinlich allen in die Ohren schlackern, wenn es wirklich so ist. Nicht, dass das jemals passieren wird, wahrscheinlich, oder nicht, dass wenn es wirklich mal so weit ist, dass man ihnen glauben wird. Das ist natürlich in der Natur der Sache, wenn da irgendwann jemand aussteigen sollte oder gefeuert wird und dann irgendwie auspacken würde, da ist jetzt ein Großbridgerd oder so, dann würde man ihm auch sagen, der ist ja nur sauer, weil er nicht mal WWE angestellt ist. Aber genau so was meine ich, genau das meine ich mit Loyalitätstest. Die Klage geht gegen WWE, gegen das System WWE. Heißt, alle, die dort in der Machtposition sind, werden befragt werden. Da bin ich, und dann wäre einfach die Situation, wie viele von diesen Leuten würden umfallen? Weil Vince McMahon wäre, um seine Unschuld zu beweisen, darauf angewiesen, dass alle sagen, es ist nichts gewesen. Wir haben nichts mitgekriegt. Es war nichts. Und am Ende des Tages könnte ich mir das nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, so sehr sie ihre Unschuld beteuern wollen, ich bin gespannt, ob die große Beteuerung der Unschuld von Vince McMahon, wie wir es jetzt gerade angedeutet haben, am Ende nicht einfach eine riesige Millionenzahlung ist. Hier, wir sind unschuldig. Hier sind 90 Millionen und zack. Und im Endeffekt wäre diese Zahlung ja das Zeichen von wegen, nee, nee, wir machen das außergerichtlich. Und damit ist es gewissermaßen auch ein Zugeständnis. Das ist in dem Fall keine tendenziöse Interpretation, das ist Logik, Leute. Und das finde ich, wer davor die Augen verschließt, ich finde es gerade aus Sicht der Opfer, wenn man, selbst wenn nur ein Prozent von dem stimmt, was da drin steht, das, was diese Frau erlebt hat, und wenn man sich versucht, irgendwie da in diese Rolle reinzuversetzen, in ihre Haut reinzuversetzen, wie sie wahrnehmen müsste, wie Leute das kommentieren teilweise, das ist so auf eine Art und Weise respektlos und, und, ja, beschämend, verachtend, das, geht oft und oft so. Ja, und das ist halt, ich meine, das ist ja jetzt kein Einzelfall, also das gibt es ja leider auf dieser Welt sehr, sehr viel im Moment, aber trotzdem, ich finde das, ich finde das krass und, und in dem Fall das Solidarisieren mit dem Opfer, wie gesagt, schaut euch gerade die, wenn die Anwältin ihre, das Anliegen auch nochmal vorträgt, schaut euch in diesem Dokument die, den Detailgrad an, ja, und überlegt mal, was es für eine, was es bräuchte, um zu sagen, okay, wir denken uns jetzt mal so eine Klage aus, was es dafür bräuchte, das, ja, und, auch halt mit der Timeline und so weiter, wie gesagt, das kommt ja auch ein bisschen dazu, ne, also, dass das alles komplett falsch ist, das kann man im Grunde schon fast ausschließen, ne, also man kann, damit Vince übrigens verurteilt, damit Vince übrigens was zustoßen würde, rein von der Justiz her, müsste übrigens, müsste nicht 100% als wahr erwiesen werden, wenn das vor Gericht geht, wird nicht überprüft, ob alles 100% ja oder nein, sondern dann wird alles Stück für Stück durchgearbeitet, und, richtig, und wenn auch, wie gesagt, wenn nur 1% davon richtig ist, dann müsste Vince McMahon dafür verurteilt werden, wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt, ich kann es mir nicht vorstellen, beziehungsweise gehe davon aus, dass das mit allen Mitteln verhindert werden soll, und daraus finde ich, kann man alles, oder nicht alles, aber daraus kann man mit gesundem Menschenverstand in meinen Augen sehr viel ablesen, und ich heiße das nicht gut, ich heiße das einfach für mich persönlich mit meinen Werten nicht gut. Ja, das ist halt auch so ein bisschen Sache, das ist halt so eine Sache der eigenen Werte, das wird immer so abgetan, dann ist man ein Gutmensch oder so, ja, fuck auf, dann bin ich halt ein Gutmensch, weil das Gegenteil von Gutmensch ist eine moralische Kackpratze, also ich weiß nicht, nein, ich verstehe auch nicht, wenn das Wort Gutmensch irgendwann mal zum Schimpfwort geworfen ist, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Das Ding ist halt, wenn ich in so einer Situation wäre, ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich habe mir eine Legacy aufgebaut, ich habe mir eine Company aufgebaut, die vielleicht bis in alle Ewigkeit bestehen sollte und einen Ruf haben sollte, dass man Millionen von Menschen unterhalten hat, und wir zaubern glückliche Gesichter, oder was man, wie diese Kackphrase da auch immer ist, und man sieht sich durch den Anschuldigen ausgesetzt, die mich betreffen, die meine engsten Mitarbeiter betreffen, die die Firma betrifft, die den Vorstand der Firma betrifft, wie gesagt, weil es scheint ja irgendwie ein strukturelles Problem auch irgendwie zu sein, wäre es nicht an mir, dass ich versuche, meine Unschuld zu belegen und meinen Namen reinzuwaschen? In welchem fucking Universum zahle ich denn dann viel Geld, damit das eingestellt wird? Das muss mir mal jemand erklären. Gut, Vince McMahon ist alt, der wird es vielleicht jetzt auch nicht mehr ewig machen, vielleicht wird er es nicht mehr erleben, so ein Dings kann sich ja Jahre ziehen, aber ich für meinen Teil würde vieles dafür tun, dass mein Name reingewaschen wird und nicht nur, dass ich im Grunde, dass das für immer über mir, über mein Vermächtnis, über meine Firma schwebt. und in dem Moment, wo ich sage, ich nehme jetzt sehr viel Geld in die Hand, also jetzt nicht wenig Geld, sondern sehr viel Geld, um dazu zu versorgen, dass das eingestellt wird, ist ein bisschen stark verdächtig, meiner Meinung nach. Und Vince McMahon ist, glaube ich, der, wo man sagt, okay, er gibt da jetzt gar nichts drauf, was die Öffentlichkeit über ihn denkt. Ich wünsche jedem, der das hier hört, wirklich allen, bedingungslos, wünsche ich, dass nie irgendetwas diesergleichen, auch nur im entferntesten Umfeld, dem größten Feind, wem auch immer, widerfährt. und wünsche mir, dass das nie jemand durchmachen muss, was hier aufgeführt wird, was sich hier anbahnt. Und wenn, dann wünsche ich mir, dass das möglichst lückenlos aufgeklärt wird und Konsequenzen gezogen werden. Stand jetzt die Konsequenz, um da jetzt so ein bisschen den Kreis zu schließen. Vince McMahon kein Teil mehr von WWE oder TKO an dieser Stelle und wahrscheinlich auch nie wieder zurück. Ich lasse es bei wahrscheinlich, ich lasse es jetzt nicht bei zu 100 Prozent, das gibt es im Leben nur selten. Dementsprechend, ja, ich würde an dieser Stelle noch ein paar Hörerfragen mit reinnehmen, die zu dem Thema gekommen sind. Einiges kriegen wir da relativ schnell, glaube ich, abgehandelt, anderes können wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Danach machen wir gleich noch die Wochenforschau und noch andere Hörerfragen zu dem, was da noch passiert ist, aber würde das Thema dann jetzt erst mal so abhaken beziehungsweise würde erst mal so, ja, weiß nicht, ob mir noch irgendwelche anderen Aspekte jetzt in den Kopf kommen. Jens, haben wir irgendwas ganz Großes vergessen. Hier steht noch ein bisschen was zu lassen in meinem Skript, aber im Endeffekt Letzner ist irgendwie eine Randnotiz, oder? Ja. Also ja, der gehört da ein bisschen mit rein, aber das ist halt ja, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man sich, glaube ich, Stunden drüber halten könnte, weil man sich auf jede einzelne Fazite irgendwie konzentrieren könnte, würde man einfach nicht mehr rauskommen. Ist halt dann für mich persönlich auch einfach ein bisschen frustrierend. Wenn es nach mir ginge, hätte ich auch gerne irgendwie einen Artikel geschrieben, wo ich den ganzen Bericht da irgendwie zusammengefasst, das ist einfach nicht machbar. Also das liest sich ohnehin niemand durch, ne? Aber es ist halt einfach nicht machbar. Das ist halt wirklich eine Sache, ja, da kannst du ein Buch drüber schreiben. Also ich habe schon gescherzt mit dem Freund, dass Dark Side of the Ring, jo, kannst du drei Staffeln draus machen. Es soll ja eine Netflix-Doku kommen zu Vince McMahon. Es wird auch hier bei uns übrigens nächste Woche eine, oder jetzt in dieser Woche, wenn ihr es dann schon hört, eine Podcast-Doku auch zu Vince McMahon erscheinen, wo, ja, also die ist schon im Endeffekt produziert gewesen, dann kam jetzt diese Woche, die muss also noch ein bisschen angepasst werden, aber da geht es um die Karriere von Vince McMahon und, ja, das Thema begleitet uns insofern. Auch ein interessanter Faktor, kann man ja mal so in den Raum werfen, vielleicht diskutiert er das irgendwann nochmal, vielleicht schreibt er in die Kommentare. Diese Netflix-Doku, die soll nicht unbedingt zugunsten, laut Dave Meltzer, der wurde interviewt und da hieß es, es werden alle Themen angesprochen. Also es ist keine WWE-Doku, wo irgendwie, also, hat doch nichts mit dem Deal zu tun, der jetzt geschlossen worden ist, außerhalb davon. Nee, richtig. Aber, äh, das Timing mit dem Deal ist schon interessant, oder? Ja. Ich hätte wirklich drauf gewartet, dass die Doku dann doch nicht kommt oder nochmal umgeschrieben wird. We were seeing. Ja. Aber das nur so nebenbei. Wir werden sehen, wie es wird, aber das Timing nur relativ interessant. Soll auch relativ schnell schon kommen, glaube ich. Das wird jetzt nicht mehr allzu lang dauern, sondern soll wohl innerhalb der nächsten Monate dann schon soweit sein. Obwohl, die können sich eigentlich jetzt nochmal aufheben, nochmal ein paar Folgen dranhängen, oder? Mit der ganzen Geschichte jetzt ja. Ja, wobei, je nachdem, was der Inhalt der Doku ist, könnte, könnte ja auch am Ende einfach nur stehen, ja, Quote Era Demonstrantum, was zu beweisen war, aber, da kann man im Grunde so einen Einblender am Ende bringen. Vielleicht fügt sich das, aber ja, da muss man dann einfach mal abwarten, wenn es dann soweit ist. Ansonsten, ja, thematisch, wie gesagt, ich will mich damit gar nicht so noch intensiver dann befassen und freue mich, wenn es dann auch irgendwann mal wieder andere Themen gibt, aber am Ende des Tages muss man sagen, der Nachrichtenwert ist der, wirklich, das ist der mächtigste Mensch im Wrestling-Business, eigentlich aller Zeiten gewesen, so, und, ja, das kann man, das kann man da nicht abtun, das ist ein riesiges Thema, natürlich, für die, die sich jetzt, nur für das Wrestling und alles so im Ring und so interessieren und so, überhaupt kein Problem, da mache ich niemandem einen Vorwurf in dem Sinne, sondern, ja, für die, die sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigen wollen, für die sind wir jetzt auch im Endeffekt da, so, wir hörten sich über Stunde 20 jetzt hier gleich irgendwie einen Talk dazu an, also, alle, die jetzt hier sind, ihr seid wirklich der harte Kern, ihr interessiert euch da auch wirklich dafür und ihr seid dann auch vom Hintergrundwissen deutlich weiter als viele andere, was aber kein Ausspielen jetzt gegeneinander ist, da ist keiner besser oder schlechter, sondern ihr seid einfach nur interessierter und das, ja, dann seid ihr einfach unsere Zielgruppe, so. Was noch ein paar Hörerfragen angeht, der Sven hat uns geschrieben, vor zwei Wochen habt ihr eine Hauptkampf-Ausgabe gemacht mit Schadet Tony Khan im Image von AEW, kann man nach dieser katastrophalen PK von Triple H beim Rumble diese Frage jetzt auf ihn und WWE stellen, er wirkte nicht vorbereitet, obwohl die Anschuldigungen der Klage schon mehrere Tage alt sind, meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, nur Wrestler zu schicken, um gar nicht erst in dieser Position zu sein. Den AEW-Vergleich gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ich sage so viel, Triple H wäre besser dran gewesen, wenn er bei dieser Pressekonferenz am besten einfach gar nicht aufgetreten wäre, das wäre für ihn mit weniger Imageschaden verbunden gewesen, in meinen Augen, also aus meiner Sicht ist es ein Imageschaden und wenn Triple H eine weiße Weste hatte bis zum Royal Rumble und zu dieser Pressekonferenz, dann ist sie spätestens ab diesem Zeitpunkt, Jens, etwas befleckter. Ja, also das ist halt, er hatte die Chance da irgendwie ordentlich ranzugehen und die hat er verspielt. Punkt. Also, Test durchgefallen mit Pauken und Trompeten und dementsprechend ist es natürlich wie in den Imageschaden, ob es WWE schadet, ich meine, im Laufe der Jahre ist so viel Scheiße passiert, das hat WWE nicht geschadet. Wie gesagt, man kann das ganze System irgendwie dahinter fragen, aber man kann sich auch einfach damit abfinden, das ist normal, keine Ahnung. Jojo hat uns geschrieben, falls Triple H von den Vorfällen gewusst hat, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er gehen muss und wie könnte es dann kreativ in diesem Fall bei WWE weitergehen? Das sind spannende Fragen, die gestellt werden. Ja, aber ich verstehe es aus Fansicht. Ich verstehe, dass man sich dann fragt, wenn Triple H geht, wer schreibt denn dann überhaupt die Shows? Wenn man es in Relation setzt, wer die Shows schreibt, ist dann eigentlich gemessen an dem, was passiert ist, das unwichtigste auf dieser Welt, aber ich verstehe diese Frage, das möchte ich ausdrücklich sagen. Wer dann kreativ bei WWE am Stift sitzen würde, federführend, kann man nicht sagen, ob dann Shawn Michaels aufrücken würde, der jetzt schon bei NXT was macht, das ist große Spekulation. Wirklich vorbereitet, konkret auf diesen Job vorbereitet, hat Vince McMahon eigentlich nur Triple H und wenn Triple H von diesen Vorfällen gewusst hat, naja, dann geht es halt in der nächsten Instanz darum, hat er sich insofern mitschuldig gemacht, dass er auch geholfen hat, das zu vertuschen, hat er an sensiblen Stellen gelogen, wurde nicht die Wahrheit gesagt, hat er die Aufklärung behindert, wenn das so ist, dann ist das in meinen Augen, wenn es auch zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann ist das relevant dafür, aber ihr könnt davon ausgehen, wenn Triple H davon wusste, das Ganze aber eh außergerichtlich jetzt geklärt wird, dann wird man da, wird man da nicht weiter, glaube ich, darauf eingehen, wenn er davon wusste. Das können wir aber zu diesem Zeitpunkt, natürlich auch hier gibt es eine Tendenz, die sich jeder jetzt zusammenstellen kann, ich meine, Triple H ist jetzt auch seit über 20 Jahren Teil der Company, Vince McMahon ist sein Schwiegervater, enger Mentor, Wegbegleiter, wenn er nichts davon mitgekriegt hat, dann hat Vince es vielleicht sehr gut versteckt, wenn es stimmt, wenn nichts gewesen ist, dann hat keiner irgendwas versteckt, dann ist die Klage einfach nur sehr diffamierend, sehr viel, ja, sehr viel Stochern im Dunkeln, beziehungsweise haben wir jetzt nichts Handfestes gerade in Bezug auf Triple H in meinen Augen. Ja, ich denke auch, im schlimmsten Fall ist er natürlich weg, weil er untragbar ist, ich meine, aber die Entscheidung muss halt auch jemand treffen, ich gehe davon aus, man muss alles vermeiden, dass man diese Entscheidung treffen muss, die einfachste Möglichkeit ist eben halt Vince McMahon zu kicken, vielleicht Lesnar noch zu kicken und dann den Kopf einziehen und hoffen, dass es ausreichend ist und es wird ausreichend sein, wir kennen die heutige Welt, das ist absolut ausreichend, zwei Jahre und Greta, keine Ahnung mehr danach und ja, Nachfolger, Shawn Michaels, William Regal, Paul Heyman, gibt es ein paar, die man da irgendwie hinsetzen könnte, was da jetzt irgendwie die beste Lösung ist, vielleicht irgendwie auch ein Dreiergespann oder so, weiß ich nicht. Möglichkeiten und irgendwie passende Leute hätte man schon ein paar, also man hat schon ein paar kluge Köpfe da mit dabei, ich denke, es gibt immer einen Weg, auch wenn, ja, ich denke, ja, Shawn Michaels ist halt mitten schon drin, William Regal müsste vielleicht ein bisschen reinwachsen, Paul Heyman hat das schon mal irgendwann gemacht, ne, also ich denke, ja, man würde da schon Personen finden. Nächste Frage kommt von Carsten, Frage zum Royal Rumble, glaubt ihr, dass Brock Lesnar nicht dabei war wegen den Anschuldigungen? Ich fände das in dem Fall auch richtig und glaubt ihr, dass eine mögliche Story mit Gunther dann auch erstmal auf Eis gelegt ist? Also, haben wir vorhin schon drüber geredet, die Tatsache, dass er nicht da war, ist ja auch ein Zeichen, dass man das ernst nimmt dann und dementsprechend bin ich auch dabei, dass das richtig ist, ihn dann nicht zu zeigen. Jetzt zu spekulieren, was dann mit der Road to WrestleMania für Brock Lesnar passiert, ja, kann man in meinen Augen nicht seriös beantworten, weil wir wissen nicht, wie das jetzt weitergeht. Wir wissen nicht, ob man dann jetzt sagt, ja, wir warten nur mal ab, bis das wieder abflacht und dann bringen wir Brock Lesnar in den nächsten Wochen einfach und verzögern es einfach nur oder ob man sagt, nein, solange das nicht geklärt ist, wollen wir Brock Lesnar die Bühne dann bei uns nicht geben. das ist eine Auslegungssache von TKO dann auch in dem Fall, die da mit das Sagen haben. Das ist keine reine Triple H-Entscheidung, sondern da gibt es höhere Mächte, die da mitsprechen. Aber ja, es ist ja mittlerweile eigentlich dann auch schon durchgesickert, dass Braun Breaker ja dann den Spot übernommen hat. Vielleicht ist Braun Breaker dann auch derjenige, der jetzt dann bei WrestleMania gegen Gunther geht, hätte ich jetzt gar nicht so viel dagegen an der Stelle. Das würde schon irgendwie passen. Das ist gar so eine Sache, die dann irgendwie tatsächlich Sinn ergeben würde. Grundsätzlich gibt es jetzt auch keine Notwendigkeit, in den nächsten paar Wochen da was über das Knie zu brechen. Das heißt, wenn man das Match irgendwie nach der Elimination Chamber noch aufbaut, reicht es auch noch aus. Gunther war zuletzt auch irgendwie als Herausbauter von Seth Rollins im Gespräch. Wartet man einfach mal irgendwie ab, wie das werden wird. Also ich denke, nach Elimination Chamber ist das noch absolut ausreichend. So ein Match zwischen Gunther und Lesnar kannst du innerhalb von zwei, drei Wochen aufbauen. Das ist jetzt auch nichts. Bis dahin hast du Gunther halt immer noch mit dem Titel rumrennen. Also kannst du Geschichten erzählen. Ich sehe jetzt also nicht die Notwendigkeit, dass das jetzt sofort irgendwie übers Knie gebrochen wird. Und ich glaube halt, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Möglicherweise, wie gesagt, in ein paar Wochen geht kein Hahn mehr nach Brock Lesnar oder so. Und man kann ihn zurückbringen und das ist alles abgeflaut. Warten wir es einfach mal. Wir wollen einmal kurz auf die Wrestling-Woche blicken. Was steht jetzt an? In den nächsten Tagen ganz kurz und knackig an der Stelle. Wir haben Raw in der Emily Arena Tampa, Florida 12.000 Karten verkauft. Wir kriegen Gunther gegen Kofi Kingston, Intercontinental Championship DIY gegen Finn Balor und Damian Priest um die Tag-Team-Titel sowie Jey Uso gegen Bronson Reed. Dann am Mittwoch AEW Dynamite Lakefront Arena New Orleans, Louisiana 1.700 Karten verkauft für die Matches. Deona Purrazzo gegen Tyra Valkyrie, Carl Fletcher gegen Chris Jericho. Dann die Dealers Choice. Swerve Strickland hat sich als Gegner für den Hangman Adam Page Toa Leona ausgesucht und der Hangman hat sich für Swerve scheinbar entschieden für, ist noch nicht ganz offiziell, aber es deutet alles darauf hin, Rob Van Damme. Das ist so ein bisschen bei diesen Dealers Choice Sachen, die machen nie das, was man wirklich machen würde. Ich würde doch auf die irgendeine, keine Ahnung, ich würde ein Deathmatch gegen Jon Moxley ansetzen und nicht ein Match gegen Toa Leona. Ja gut, Toa Leona verstehe ich ja immer noch irgendwie, weil er im Stable von 2.700 Karten von Strickland ist. Von mir aus das noch, aber gut. Aber ja, Rob, ja, 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 ja. Oh, 2024, also es ist jetzt nicht so, als ob ich genug Alternativen hätte im Gotteswillen und irgendwie genug Kooperationspartner und so. Das ist schon ein bisschen, ja, ja, okay. Ist man irgendwie in Rob Wendensheimat? ist man nicht. Wo ist der, Michigan? Ist man nicht, ne? Ne, wir sind in Louisiana, New Orleans. Ja, verstehe ich, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch zufällig da, keine Ahnung. Erschließt sich mir auch nicht, nein, keine Ahnung. Finde ich unterwältigend, über mich zu sein. Ansonsten haben wir Smackdown in der Legacy Arena Birmingham, 8.000 Tickets verkauft und Collision am Samstag in der Burdocken Arena Edinburgh, Texas, 2.200 Karten. Für beide Shows habe ich jetzt keine Card auftreiben können, kommt dann vielleicht noch. Und dann haben wir in der Nacht von Sonntag auf Montag NXT Vengeance Day, F&M, Bank Arena, Clarksville, Tennessee, 2.700 Karten verkauft. Auf der Card stehen Ilya Dragunov gegen Trick Williams NXT Championship, Lyra Vakaira gegen Roxanne Perez, dann haben wir Oberfemi gegen Dragon Lee North American Championship, Dusty Rhodes Tag Team, Classic Finalmatch, entweder Baron Corbin und Braun Breaker oder Axiom und Nation Fraser gegen entweder Carmelo Hayes und Trick Williams oder die LWO, Joaquin Wilde und Cruz Del Toro. Außerdem haben wir die Family, Tony D'Angelo, Channing Stax Lorenzo und Adriana Rizzo gegen OTM, die ja auch am Start sind. Und das ist die Card für NXT. Vengeance Day wird, ja, nicht im Ansatz die Aufmerksamkeit des Royal Rumbles bekommen. Gucken wir mal. Wir haben jetzt einige der NXT Stars beim Royal Rumble gesehen. Glaubst du, das wird da jetzt irgendwie dazu führen, dass bei NXT jetzt Richtung WrestleMania nochmal ein großer Schub kommt oder war das jetzt nur so kurz, ja, die waren jetzt mal da und jetzt sind sie wieder weg. Das ist ja auch eine dynamischere, ist ja alles mehr im Fluss und Carmelo Hayes, der ist dann bei SmackDown, und dann ist er beim Royal Rumble, jetzt ist er bei NXT. Ist ja gar nicht mehr so, dass dann diese ganz, ganz strikte Trennung und dieser eine feste Call-Up-Moment beziffert werden könnte, ne? Naja, richtig, genau. Das sieht man ja an Beispielen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Road to WrestleMania der richtige Moment ist, um jemanden zurückzubringen. Klar, wenn man den jetzt irgendwie eine Storyline gibt, die zum großen Titelmatch führt, also eben, wir haben es vorhin schon genannt, von Regal gegen Gunther, dann ergibt das Sinn, kann man das machen. Aber, ja, um ihn dann vielleicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, in der Battle Royale einzusetzen, da kommt man vielleicht besser, dass man bis nach WrestleMania wartet, oder? Ich denke, vieles davon, von den NXT-Leuten, das wird halt wirklich Gast auf Dritte gewesen sein, wobei bei Ron Breaker, zumal, wenn der wirklich, wie es heißt, Lesnar setzt hat, war es halt wirklich spontan. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man ihn irgendwie jede Woche jetzt fortan mit Main Rester sieht. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch ein gutes Showing gehabt, ne? Also hat er jetzt auch ein bisschen, oder könnte jetzt auch ein bisschen Hype haben, dementsprechend. Ja, vielleicht. Gucken wir mal. Kommen wir zu restlichen Hörerfragen, die ihr gestellt habt, die jetzt ein bisschen abseits der Vince McMahon Thematik stehen. Sepp Gamer hat uns geschrieben, Senior Damien Priest wird wahrscheinlich sich in eine Historie einreihen, ja, mit einer sehr unerfolgreichen Dynastie als Koffergewinner. Woran denkt ihr, liegt es, dass es seit Jahren nur verschwendet wurde? Fing ja schon mit Baron Corbin an, warum nicht mal bei Seths Verletzungen eincashen, selbst wenn er ihn wieder verliert? Ja, dann wäre er wenigstens mal Champion gewesen. Die Money in the Bank Geschichte ist noch mal ganz, ganz eigenes Thema. Wirkt manchmal so, als hätte man das nicht planen können, aber man hat sich ja dafür entschieden, seinerzeit, und da gab es einen Plan, man hat noch ein bisschen Zeit, bis zum Spätsommer, um das irgendwie nochmal, oder bis, ja, was ist das irgendwie, wann war Money in the Bank in London? Juni oder so? Anfang Juni? Juni, Juli, Juli. Die beiden Monate so im Schnitt. Bis dahin hat man noch Zeit, aber ich sehe jetzt auch erstmal nicht prompt, was man machen kann, aber unterschätzt mir die Zeit nach WrestleMania nicht. Ich denke, da kann man schon, dass dann irgendwie ein CM Punk dann doch mal Champion werden und dann ist er aber nach ein, zwei Monaten aber wieder den Titel los. Da kann man nach WrestleMania noch was machen, aber jetzt bis zu WrestleMania und der Zeitraum von Koffer gewinnen bis jetzt, sieht er einfach dämlich aus. Damien Priest, auch die ausgelassenen Cash-in-Möglichkeiten, sieht er einfach dämlich aus. Sag mal so, am Ende des Tages wird man dann begutachten, zu was es geführt hat. Wenn er erfolglos eincash, dann wird man es auch als Fail abstempeln können. Wenn er dann eine Woche vor Money in the Bank 2024 eincash-Champion wird und alle jubeln, hat man es ja doch irgendwie wieder geschafft. Ja, er ist halt in einer unangenehmen Situation auch irgendwie. Er hat den Titel gewonnen in so einem Zeitpunkt, als ein neuer Titel hervorkam. Du hast Rollins als Dauer-Champion. Es ist halt auch ein bisschen blöd, jetzt irgendwie für die Bronzemedaille den Koffer einzucashen. Das ist halt auch schon ein bisschen blöd. Damien Priest auf der anderen Seite ist jetzt halt auch niemand, dass du sagst, okay, das ist jetzt derjenige, dem du den Titel gibst. Also es scheint auch nicht der richtige Moment zu sein. Ich weiß nicht, ob es im Moment auch noch kommt für Damien Priest als Champion. Keine Ahnung. Im Moment kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen, aber ja gut. Shit happens, sage ich mal. Also ich sehe es halt auch wirklich nicht. Also auf der Voto-Wrestlemania erst recht nicht. Man hätte es wirklich theoretisch ja durchziehen können, ihm wirklich einen Monat einen Titel geben können, vielleicht dann auch irgendwie den Titel wieder verlieren lassen können und daraus irgendwie eine Storyline für Vestlemania zu formen. Aber der Zug scheint mir halt auch irgendwie abgefahren zu sein. Oliver Jodeit schreibt, hey, grüßt euch zu meiner Frage, die bezieht sich auch WWE und Netflix. Glaubt ihr, dass das Thema mit den PLEs so laufen wird, wie zum Beispiel bei Amazon, dass es auch Dinge gibt, die man Laien kaufen muss per Einmalzahlung oder werden die PLEs weiter so laufen, wie auf dem Network, ohne zusätzliche Zahlung, einfach nur mit einem Abo? Da hat sich Schmalle dann angeschlossen, hat gefragt, glaubt ihr, WWE ab 1.1.25 auf Netflix, dass das auch in Deutschland dann schon greift? Müsste ja eigentlich so sein, wenn das Network zum Jahresende eingestellt wird. Also da vielleicht als Hintergrund, also Bild hat sich jetzt die Live-Rechte genommen, die DAZN offen gelassen hatte bis Ende 2024. Die Live-Rechte sind also ab 1.1.25 frei. Ab dort könnte Netflix mit der Live-Übertragung von Raw, Smackdown, NXT und was man alles vorhat, könnte man übertragen, könnte man dann einsteigen. Premium-Live-Events ohne Network bleibt dann ja eigentlich auch nur Netflix und ich gehe davon aus, dass es einfach eine, dass es so laufen wird, man schließt ein Abo ab in einer Stufe, vielleicht in einer neuen Stufe, die wir jetzt noch nicht kennen, wissen noch nicht, wie viel die kostet und dann darf man die Events gucken. Ist ja jetzt bei Peacock im Endeffekt auch so, kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, wie zum Beispiel bei ESPN Plus, du musst eine Grundgebühr dafür zahlen, dass du überhaupt den Service hast und dann noch zusätzlich für die Pay-Per-View-Events so in die Richtung wird es, denke ich, nicht werden. Das ist eigentlich nicht das Modell von Netflix. Ich glaube, auch ein ziemlich fließender Prozess. Also diese Sache mit den Streaming-Diensten ist halt so, wie viel wir dann nächstes Jahr bezahlen werden und wie die Konstellation ist, hängt ein bisschen davon ab, wie die ganze Situation bei Netflix ist. in Sachen von Börsennotierungen und immer neuen Rekordeinnahmen und immer mehr Streaming-Diensten gibt es ja, die müssen halt immer weiter in der Beistre-Raube drehen oder eben halt Werbung einführen oder eben halt so etwas als Pay-Per-View anbieten, um zusätzlich zu verdienen. Wenn die irgendwie mehr Geld brauchen im kommenden Jahr, dann kann es auch sein, die werden die Pay-Per-Views extra anbieten. Das weiß man halt einfach nicht. Musste die Tage lachen, da habe ich eine Mail von DeZone bekommen, ob ich nicht zurückkommen will für 150 Euro weniger. Und dann habe ich gesehen, dass die mittlerweile bei monatlich 45 Euro angekommen sind. Kein Ende gibt es. Kein Ende. Warten wir es mal ab. Also ich würde auch, ich würde mich dir anschließen und sagen, ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr ganz normal im Abo mit drin ist. Vermutlich auch ab dem, nicht ab dem kostenlosen Abo, aber also ab dem ganz normalen Standard-Abo. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann kostenpflichtig wird. Wenn die nächste Meinung ist, man braucht mehr Geld. Ist das eine Möglichkeit, da mehr Geld zu generieren? Ohne den generellen Preis weiterzuhalten. Und ansonsten, es ist durchaus denkbar, dass also PLEs ab Januar 25 Netflix, das dürfte dann eigentlich gesetzt sein. Bei den Live-Ausstrahlungen wüsste ich jetzt zumindest nicht, warum man warten sollte. Und Netflix wird dann eigentlich so Stück für Stück alles aufsammeln. Man muss halt gucken, wie es dann ist mit den, inwiefern da die deutschen Kommentatoren irgendwie noch eingreifen oder nicht. die TV-Rechte sind TV-Rechte und die als solche laufen jetzt noch ein bisschen mehr als zwei Jahre dürften es sein. Ja, die sind ja da ein bisschen außen vor. Genau. Mich hat es halt auch ein bisschen gewundert, also das passt für mich, also, aber gut, das ist halt auch, Deutschland ist halt vergleichsweise kleiner Markt dann immer noch, aber Konstellation, wie du schon sagst, Bild ist bis Ende des Jahres, Network wird eingestampft, ja, warum schreibt man da denn nicht gleich Deutschland mit in diese Pressemitteilungen, sondern nur USA, Kanada, UK und Lateinamerika, weil offensichtlich ist das ja für Deutschland auch. Wahrscheinlich, es liegt wahrscheinlich an dem Wort exklusiv, dass es exklusive Ausstrahlungsrechte gibt, weil, das wäre in Deutschland nicht so, ProSiebenMax hat die Rechte ja auch und ich glaube, das könnte der Grund sein. Ja, das könnte der Grund sein, hast du echt. Also ich gehe stark auch davon, dass es hinausläuft, spricht alles dafür. Ja, wie gesagt. Lightning Spartan hat uns geschrieben, Moin Jens, Moin Tobi, The Rock ist nun im Vorstand von TKO, unmittelbar nah nach wird Ava aus dem Nichts zur General Managerin befördert und bekommt einen Auftritt bei Smackdown. Zugegeben, die Frage ist spekulativ, aber denkt ihr, dass The Rock im Hintergrund für seine Tochter ein paar Strippen gezogen hat? Viele Grüße und Tobi, pass auf deine Gesundheit auf, Jens, du natürlich auch. Ganz, ganz liebe Grüße, Lightning Spartan, Dankeschön für die lieben Worte. The Rock im Vorstand, gut, wer weiß, was da alles reingespielt hat, übrigens auch von Vince McMahon an der Stelle. Ja, inwiefern er da jetzt mitspielt, er wird sicher, wird sicher mal zwischen den Zeilen immer mal was kommunizieren und so und natürlich wird er sich auch dafür einsetzen, dass seine Tochter eine gute Zeit bei WWE hat, aber es ist jetzt glaube ich nicht so, dass The Rock da irgendwie das Booking seiner Tochter übernimmt oder so. Das, um das mal zu überspitzen, ich glaube, so weit kommt es jetzt nicht, aber natürlich, um ihm einen Gefallen zu tun, wird man jetzt nicht erleben, dass sie zum belanglosen Jobber wird und man hat jetzt zumindest schon mal mit der Rolle, die man ihr jetzt gegeben hat, sich eingestanden, okay, Wrestling lassen wir jetzt erstmal. Jetzt halt diese Cameo-Auftritte. Sie sieht halt immer so ein bisschen wie so ein desinteressierter Teenager aus, wenn du mich fragst, aber das, also, wenn du mir sagen würdest, diese, sie hat das Gen von The Rock, würde ich dir eigentlich sagen, was Wrestling angeht, nein, aber, gut, ich meine, sie fängt erst an, weil The Rock hat auch einen schweren Start. Richtig, richtig. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass The Rock jetzt gesagt hat, hier, push die mal mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, er weiß selbst, dass das ihr nicht gut tun würde. Man kann einen Punkt auch bringen, vielleicht ist es auch ein bisschen zu früh, auch in der aktuellen Rolle finde ich sie jetzt nicht unbedingt passend, aber gut, kann ja alles werden. Ich denke eher, wie du schon sagst, bei WWE wurde jemand gesagt, guck, das passt doch in der Woche, machen wir ein paar Schlagzeilen, ist ja auch immer so eine Sache, wir brauchen eine neue Rolle für sie, pushen wir dort hin. Ich würde mir noch nicht mal hundertprozentig sicher sein, dass The Rock da irgendwie so glücklich drüber ist, über das Timing oder so, weil es eben halt wirklich so aussieht jetzt, als wenn er da was zu tun hätte. Ja, ich finde es ein bisschen unglücklich, weil man tut ihr glaubt damit keinen Gefallen. Man tut ihnen auch generell keinen Gefallen, die Leute immer dran zu erinnern, dass sie die Tochter von The Rock ist. Keine Ahnung. Ein Vergleich, bei dem man nichts gewinnen kann. Ja. Also das auf jeden Fall. Aber bei WWE selber sagt man das ja auch nicht, sondern da ist sie ja vielleicht dann doch aus gutem Grund nicht direkt mit The Rock assoziiert. Aber ja, noch irgendwas anderes, was wir zum Thema The Rock im WWE-Vorstand wissen müssen. In erster Linie geht es ja auch um eine Business-Wirkung, ums Repräsentieren, um globales Marketing. Wenn man wirklich einen Neuanfang jetzt starten will, einen richtigen Neuanfang starten will, würde ich mal mit The Rock reden, ob man nicht irgendwie einen wirklich der repräsentativen Plätze übernehmen will. Wenn man wirklich einen Neuanfang starten will und wenn man wirklich glaubt, dass dieser Neuanfang da ist, dann ist The Rock, glaubt, ein Glücksfall dafür, dass man sagen könnte, okay, man setzt ihn in einer ähnlichen Rolle ein wie früher Stephen McMahon zum Beispiel. Oder ja, vielleicht sogar noch einen größeren Posten, dass man sagt, okay, er ist nicht jetzt nur das offizielle Aushängeschild, sondern er ist auch derjenige, der irgendwie die Stripped mitführt. Weil ich glaube, der hat halt in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich nochmal ein anderes Bild. Und für einen Neuanfang müssen eigentlich halt auch, also ich rede jetzt nicht Triple Hware, davon rede ich jetzt nicht, aber so heißen wirklich eine Rolle, eine größere Rolle innerhalb der Company. Ist natürlich auch eine Zeitfrage oder so. Aber ein Job von Stephen McMahon war ja auch, die Company zu repräsentieren bei öffentlichen Anlässen und seiner PP. Könnte ich mir vorstellen, wenn er die Zeit dafür bringt, dass The Rock da die richtige Person war, wenn man wirklich einen Neustart machen möchte. Big Match Yule hat uns geschrieben, da die Weichen für Mania in etwa fünf Stunden gestellt werden, das schrieb er fünf Stunden vor dem Royal Rumble, Überraschung, würde mich interessieren, wie es mit den Gewinnern weitergeht. Denke, ihr besprecht das schon in der Review, aber trotzdem würde es mich interessieren. Wünsche euch einen tollen Abend. Bei Cody Rhodes kann man es kurz machen. Roman Reigns, Punkt. Und bei Bayley ist jetzt im Endeffekt auch eigentlich mit Io Sky die Story da. Das sind dann die beiden Matches, die aus dem Rumble resultieren. Und jetzt kann man überlegen, ob wir Seth Rollins gegen CM Punk auf den Weg bringen und ob wir dann für Rhea Ripley, der große Call wäre tatsächlich Jade Cargill bei WrestleMania gegen sie zu stellen. Das wäre mutig. Also halte ich nicht für ausgeschlossen, aber kann man gucken. Aber das wären so jetzt rund um die großen Titel jetzt erstmal so aus dem Stehgreif die Paarungen, die mir da einfallen würden. Aber sowohl Cody gegen Reigns als auch Bayley gegen Io Sky sind in meinen Augen dann eigentlich in Stein gemeißelt, wenn nichts mehr schief geht. Denke ich auch. Roman Reigns gegen The Rock lassen wir mal aus und vor. Das werden sie schon irgendwie einbinden. Ich denke auch. Es heißt, es soll trotzdem kommen. Nicht bei WrestleMania, aber es soll... Wie gesagt, man kann es ja immer noch auf zwei Tage aufteilen. Selbst bei WrestleMania, wenn man es ja noch hinbekommen. Also ich gehe davon aus. Ich habe so ein bisschen Angst. Zuletzt gab es die Gerüchte, dass man eventuell auch abklopft, wie viel Geld bringt so ein Match in Saudi-Arabien. Wäre natürlich... Ja, stell dir vor, das nächste Saudi-Special wird dann Rock gegen Reigns. Ja, und wie gesagt, die Saudi sind verrückt. Also anders kann man es ja im Grunde nicht behaupten. Also es ist halt immer ein bisschen... Ja. Ich will es nicht ausschließen. Vielleicht läuft es aber auch darauf hinaus, dass man sagt, ja, man bringt es doch in Saudi-Arabien und im Sommer überlegt sich es doch anders und wir sind dann bei WrestleMania 41. Eine tolle Woche für WWE. Eine tolle Woche für WWE, genau. Nee, ich würde mal behaupten, Cody gegen Roman Reigns, Seth Rollins gegen CM Punk, Rhea Ripley gegen Becky Lynch, Bayley gegen Eos Guy und Shade Gagel gewinnt die unglaublich wichtige WrestleMania-Battle-Reihe. Mark my words! Schreibt uns natürlich gerne noch dazu eure Meinung in die Kommentare. Ich verweise selbstverständlich auch auf die Royal Rumble Review, die auf unserem Kanal online ist. Das war unser Live-Podcast, den wir direkt nach der Show gemacht haben und bei dem ihr sehr gerne eure Meinung einbringen dürft, kommentieren dürft, kritisieren dürft und einfach euch austoben könnt. Letzte Frage kommt jetzt, vorletzte Frage kommt von Robbie D. Der hat, wenn du dich erinnerst, letzte Woche schon gefragt. Jetzt fragt er, Frage an JME, Welcher Wrestler gab beim Royal Rumble 2016 sein Debüt mit der Startnummer 3? Zwinker. Hast du mittlerweile verstanden, warum er das gefragt hat? Ja, wegen unserem Kalender. Ich hatte zu dem Tag tatsächlich nicht auf den Kalender geguckt, aber er hat es dann auch auf Twitter verraten. Ja, 2016. Ja, ich hab's vor Augen. 2016. Ja, ja, ja. Nummer 3. Ja, Tipp Roman Reigns steht im Ring. Das macht's mir jetzt nicht einfacher. AJ Styles? Ja, so, guck mal. Ja, verdammt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob AJ Styles nicht 2015 schon war, aber okay. Ja, 2016. Aber trotzdem auch schon fast zehn Jahre her dann irgendwann. Krass, ne? Ja. Wild, wild, wild. Es ist auch so gefühlt, es ist so Mitte der, Mitte der Zehnerjahre ist irgendwie für mich gefühlt gestern, dann überlegte ich mal, es ist schon alles ewig her. Letzte Frage kommt von Umzugs-Service-Pfeil-Shifter, einer unserer langjährigen Supporter, ganz, ganz liebe Grüße. Er hat tatsächlich einen Umzug-Service, der Herr Pfeil-Shifter, dementsprechend. Clever, er macht immer kostenlose Werbung. Schaut out, richtig gut. Guten Tag und Grüße aus Bayern, mal eine Frage, die mich schon seit dem Fantreffen in Fulda interessiert, wie ist eigentlich der Kontakt eurer Wrestler noch zu aktiven Wrestlern? Mir fällt immer wieder auf, dass zum Beispiel TJ immer wieder sagte, mit Mox zusammen gewesen zu sein und so weiter und so fort. Wer jetzt auch zum Beispiel die Instagram-Stories oder so von Damek auscheckt, der wird auch sehen, dass Damek, wenn sich die Möglichkeit bietet, natürlich weiter Kontakt hat zu Marcel Bartel, zu Walter und wie sie alle heißen. Also natürlich gibt es da weiter Kontakt, wie der genau aussieht, das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr die beiden im Zweifelsfall dann selber fragen. Genauso bei einer Jazzy, die auch riesige Kontakte hat. Ja, und ansonsten kommt noch die Frage auf, wenn der Kontakt gut ist, warum nicht mal durch die Brust ins Auge eure Anregung an Tony Khan weitergeben? Naja, eine Zeit lang war es ja so, dann haben sich Dinge, die wir angesprochen haben, ein paar Wochen später bei AEW geändert. Naja, lassen wir so stehen an der Stelle. Tony Khan hört unseren Podcast, sage ich an der Stelle nur. Das ist faktisch bewiesen. Und damit würde ich sagen, ein sehr langer, intensiver, anstrengender Hauptkampf, muss ich jetzt auch an der Stelle wirklich sagen. Wir haben unser Bestes gegeben, um vor allem, das ist wichtig an der Stelle, authentisch diesen Sachverhalt zu schildern. Thema Vince McMahon. Und das ist, glaube ich, kein Thema, bei dem du von A bis Z ganz schnurstracks einfach nur kalt und rational drauf gucken kannst, sondern ich denke, man muss eine gewisse Einordnung geben. Und eine Einordnung ist dann immer subjektiv, aber ich denke, wir haben uns stets bemüht und haben uns viele Sachen angeguckt, haben Licht ins Dunkel gebracht bei einigen Sachen, haben euch vielleicht damit Mehrwert geliefert, vielleicht neues Wissen irgendwie drauf geschafft. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wichtig, wie gesagt, alles, dass immer sachlich bleibt. Aber ja, das wäre es erstmal zu dem Thema gewesen, Jens, oder fällt uns noch irgendwas anders ein? Ja, nein, ich denke, wir haben das schon gut zusammengefasst. Sehr gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir den Haken dran. Das war die neue Ausgabe von Hauptkampf. Es gibt tatsächlich kommende Woche schon am Sonntag die neue Ausgabe. Das heißt, streng genommen, für alle, die auf YouTube hören, zweimal Hauptkampf in dieser Woche, heute am Montag und dann auch am Sonntag. Wenn es betrifft, wir hören uns im Laufe der Woche wieder bei diversen anderen Formaten. Wir bleiben dran. Ich hoffe, die Woche wird etwas weniger intensiv als jetzt die letzte. Es wäre sehr schön aus diversen Gründen. Jens, dir vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn es betrifft, bis die Tage. GW genießt Wrestling. Jens hat die Schlussworte. Ciao. Ja, ich bedanke mich auch wieder, dass ich dabei sein durfte, auch wenn das Thema sicherlich nicht zu den Angenehmeren gehörte, was ich hier mit Tobi besprechen durfte. Trotz allem hoffe ich, dass in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir da ein bisschen mehr Spaß am Wrestling haben werden. Das World to WrestleMania, ALW und TNE versprechen, dass es ein großes Jahr wird. New Japan ist spannend. WXW, 16 Karat, nähert sich Indie. ist immer was los. Ich denke, es gibt viele positive Sachen, die man sehen kann. Ich hoffe, auf die können wir uns in den nächsten Wochen wieder ein bisschen vermehrt konzentrieren. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald. Aqualien O différen auf dem Zuhören bis bald. Musik Musik Vielen Dank.